Hallo und willkommen zu einem weiteren Mana-Talk. Heute habe ich Schniesen bei mir, er ist der Gildenleiter der Speedrun-Gilde Anbu. Erstmal vielen Dank, Schniesen, dass du bei uns am Start bist und stell dich gern einfach mal selber kurz vor. Ja, kein Problem. Also ich heiße Nils, in-game heiße ich Schniesen. Ich bin der Raidleiter von Anbu auf Vinoxis, spiele selber den Podpaladin-Main-Tank und ja, wir machen Speedruns. Und wie lange spielst du dann schon selber WoW? Also wann hast du angefangen, wann war so dein allererster Kontakt? Mein erster Kontakt mit WoW, da war ich elf oder zwölf in Vanilla, wo man noch seine Eltern anbitteln musste, dass sie einen die zwölf Euro monatlich bezahlen. Also da habe ich angefangen zu spielen und dann bis heute durch immer mal wieder mit kleineren oder größeren Pausen, so wie es wahrscheinlich jeder erlebt hat. Jeder hatte seine Favoriten-Add-ons oder Add-ons, die er gar nicht mochte. Und Retail selber habe ich dann mit BFA aufgehört und bin dann von dort zu Classic geswitcht. Aber gab es bei dir dieses eine Add-on, wo du gesagt hast, ab hier gefällt es dir nicht mehr? Also bei mir zum Beispiel, ich habe halt, ich habe WoW gerade noch komplett durchgezogen, aber ab dann wurde es so wie vielleicht bei vielen Classic-Veteranen irgendwie seltsam. Also bei mir hat das richtige professionelle Raiden erst richtig ab Cataclysm angefangen. Davor war ich auch mehr Casual unterwegs, wahrscheinlich auch, weil ich einfach zu jung war. Und wo es bei mir richtig bergab gegangen ist, war dann am Start von BFA. Man hat einfach so viel Zeit in Kleinigkeiten seines Charakters investiert, die dann mit einem Patch von heute auf morgen rausgenommen worden sind, verändert worden sind. Und da war so der Punkt, wo ich mir dachte, ey, du hast jetzt gerade irgendwie bei den letzten zwei Wochen 300 Stunden in dieser Mythic Plus verbracht, um das eine Item zu kriegen. Und dann wurde es weggepatcht und da war so bei mir der Punkt, wo ich mir dachte, so boah, ne, das ist meine Zeit nicht mehr wert. Es frustriert dann halt einfach irgendwann. Also wenn dieser belohnende Effekt nicht mehr da ist, klar, das hast du jetzt hier auch gehört, lass Phase 2 dann kommen und dann kommt Ulduar. Aber irgendwie ist es immer noch was ganz anderes, weil hier gehe ich dann mit meinem Equipment, wo ich da wirklich gebrauchen kann, dort rein und fühle mich, glaube ich, deutlich stärker, wenn ich mit Full T7 oder besser gesagt Phase 1 bis in den neuen Content starte, wie das mir ein Patch dann doch irgendwie alles zerschießt. Also das war immer so ein Punkt in Retail, dass es kommt eine Phase und irgendwie komme ich ganz einfach in viel besseres Gear. Das hat mich immer so auch ein bisschen geschwört. Ja, und man weiß vor allen Dingen, in Classic weiß man ja, was man bekommt und was man nicht bekommt. So, ich kann, ich weiß ganz genau, die Zeit, die ich investiere, die führt zu diesem Ziel und daran wird sich auch nichts ändern. So, das Gear, was ich mir hole, das ist zum Teil, was ich mir in P1 hole, ist, je nachdem, wenn man da mal an Classic oder TBC zurückdenkt, da gab es Items, die haben einen das gesamte Add-on begleitet und sowas gefällt mir schon mehr, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass die Zeit, die ich investiere, einfach besser angelegt ist. Auf jeden Fall. Ich meine, in Classic hast du dann noch diese ganz speziellen Items sogar, die, wo du gefühlt über Dekaden mehrere Add-ons trägst, irgendwie den Wolfkopf-Helm vom Druiden, Level 40er Item, wo einfach immer noch Biss ist für die Katze, meine ich, wegen der Shapeshift-Methode. Oder gibt es ja auch noch so ein paar andere Dinge. Ja, interessant. Wann war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, du gehst zurück zu Classic? Hast du vielleicht sogar mal auf einem umrufenden Private-Server gespielt oder ging es bei dir dann wirklich, wo die Neuauflage von Vanilla rauskam, dass du gesagt hast, okay, hier geht's weiter? Also, ich probiere es sehr kurz zu fassen. Ich habe nie auf Private-Servern gespielt und ich hatte einen Schulfreund, der hat mich damals zu WOTLK wieder heiß gemacht aufs Spiel, der hat mich zu Legion wieder heiß gemacht aufs Spiel und zwei Wochen vor dem Classic-Release kam er dann an und meinte, ey, lass mal Classic spielen. Und ich hatte eigentlich gar nicht vor, es zu spielen und ja, dann kam es halt so, dass man, da ich doch wieder angefangen habe, hart reingesuchtet habe und nach zwei Wochen dann auch meine eigene Gilde gegründet habe und ja, von da an war es dann einfach, ja, dass man hart gehuckt, also ich wurde heftigst gehuckt wieder vom Classic und wenn man dann in einer Position drin ist, in einer Gilde, wo man Verantwortung auch hat, dann hält einen das noch eher am Spiel, als wenn man das einfach nur mal so abends irgendwie ein Stündchen spielt, aber da jetzt keine Bindung zu Menschen irgendwie hat. Voll. Also da kann ich auch kurz reingrätschen, wir haben ja auch vier Monate vor Release die Mana-Crew gegründet, damals noch auf Dragon's Call und das war dann wirklich einfach so, du hattest neben diesen reinen Spielen halt diese fette Community und ich hatte Monate, so zur AQ40-Zeit, da hatte ich privat mega viel um die Ohren und da habe ich geraidlocked, aber ich hatte so richtig Bock halt am Abend auch, nur mal kurz 20 Minuten reinzugehen, mit den Leuten halt zu quatschen und du hast halt immer dieses Community-Ding im Hintergrund, also ich will nur deine Aussage absolut unterstreichen, ist bei mir genau dasselbe gewesen oder bei uns dann. Du spielst einen Brottparler? Richtig. Schon immer oder? Nein. Schon immer geht der fast gar nicht, weil wenn du sagst, du hast mit der Neuauflage, also mit Classic wieder angefangen, da wurde es bei der Horde noch schwierig, spielst du ja Horde, wer noch ist. Da gab es noch keine Paladino-Vorderseite. Genau. Mit was hast du angefangen? Also ich habe angefangen, mein allererster Giant Classic war ein Priest, das hat sich dann in Phase 2 mit BWL, oder BWL war glaube ich Phase 3 oder 4 sogar, aber auf jeden Fall im zweiten Raid-Content, habe ich dann auf einen Schamanen gererollt, da ich am Anfang als Classic rauskam, da war ich überhaupt nicht so drin, was ist denn die Meta von Classic, also das ganze World Buffs und Klassenstack und so, das war mir überhaupt kein Begriff, aber dann war so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, Schamanen werden gebraucht und unsere Gilde brauchte auch Schamanen, also habe ich auf einen Schamanen rerollt, der war dann auch Heiler bis Akku und den Akku habe ich auf Elishami rerollt, was sich vielleicht ein bisschen weird anhört, da der Elishami jetzt nie so stark war, aber den Elishami habe ich dann auch bis Sunwell durchgespielt, hatte da sehr, sehr viel Spaß und habe da sehr viel Arbeit investiert, dass ich zumindest mein eigenes Gewicht im Raid trage, da der Schamanen ja schon ein bisschen hinterherhinkt, vor allen Dingen der Elishami und unser damaliger Parlatank hat dann zu Sunwell aufgehört und ich hatte schon seit TBC Start einen Parladin, den ich zum Farmen benutzt habe und ich hatte vor, mit WUTLK auf Parladin zu rerollen und da der damalige Parlatank aufgehört hat, hat sich das Ganze einfach ein Content weiter nach vorne verschoben und seit Sunwell Release bin ich quasi der Parlatank bei Amp. Okay, also ich glaube, du hattest schon recht, also BWL kam schon Phase 2, also kam, glaube ich, war der zweite, war schon der erste weitere Raid-Content dann in Vanilla. Okay, mit dem Brottparler dann so gesehen die große Liebe gefunden, wobei die zweite große Liebe, weil der Elishami, hast du ja gesagt, wurde nur auf die Ersatzbank geschoben, aber spielst du nach wie vor, oder? Also ist jetzt so dein zweiter Char. Mein zweiter Char ist momentan, auch wenn sich etwas dumm anhört, ein weiterer Brottparladin, also ich spiele zwei Brottparladine und mein Schamane wird mein dritter Char. Ich hatte nur keine wirkliche Zeit im Moment gefunden, um den Char jetzt auch hochzuleveln und mit dem zu raiden, aber sobald ein bisschen mehr Zeit ist, wird der nachgezogen. Du hast jetzt schon zwei Level 80er Brottparladine, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Da musst du mir erklären, warum. Ja, also unsere Gilde macht Split-Runs, um das so ganz kurz zu erklären. Wir haben alle zwei Charaktere und wir packen 50% der Main-Chars in einem Raid plus 50% Twinks und im zweiten Raid genau das gleiche. Und so kriegen wir den doppelten Loot pro Woche, da man ja nur einmal in eine Instanz pro Woche gehen kann oder in eine Raid-Instanz. Und wir haben damals ein bisschen darüber geredet, wer füllt die Tank-Positionen aus und wir hatten einen Brottparladine, das war ich, einen Worry-Tank und einen DK-Tank und da haben wir uns hingesetzt und haben halt miteinander gesprochen, okay, wer will was als String spielen und da die anderen Tanks keine Lust auf Brottparladine hatten, habe ich dann gesagt, ja gut, dann mach ich es halt zweimal. Und ich habe mir damals schon in Sunwell immer gedacht, dass ich gerne einen zweiten Brottparladine hätte, einfach um mehr Übungen zu kriegen. Wenn man nur einmal die Woche raidet, dann war mir das immer ein bisschen zu wenig und zweimal die Woche die gleiche Klasse zu spielen, hilft einem schon nicht einzurosten, sag ich mal. Okay, das ist auf jeden Fall supergeil formuliert. Wenn du, also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich zweimal dieselbe Klasse auf Max-Level habe und dann auch noch mit dem selben Speck, also viermal raiden müsste, ich glaube, es wäre mir zu fad, nehme ich an. Und vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, du bekommst, also einer von beiden ist ja dein Twink und das ist ja dann nur der, der wo die Main-Charaktere so gesehen in diesem Split-Run carriert und mit dem kriegst du keinen Loot, weil die anderen haben dann Vorzugsrecht, oder? Die haben Vorrang, weil du bist ja nur der, dass die Mains halt mit ausgestattet werden. Richtig. Also der zweite Charakter, der Twink, der ist tatsächlich einfach nur ein leerer Körper in dem Raid, um den Raid halt vollzukriegen und damit man da gut durchkommt. Natürlich fällt auch sehr viel Loot ab, also mittlerweile hat mein Twink-Parler wahrscheinlich, er hat ähnliches Gear wie mein Main, da einfach sehr viel Loot auch abfällt. Das ist aber eher Tank-bedingt, weil du hast halt höchstens ein, zwei Tanks im Raid und der erste Tank nach ein paar Wochen, der hat all sein Zeug. Bei DD sieht es da schon schwieriger aus, also wenn man irgendwie einen Warlock als Alt spielt oder so, die Twinks laufen zum Teil immer noch im Pre-Raid rum. Okay, super spannend. Also ich kenne dieses Ward-Split-Raid so ein bisschen von Retail, aber auch nur, weil ich da halt diese World-First-Races mitverfolge oder halt mal hin und wieder reingucke und da habe ich das mal aufgeschnappt und gehört und dann mal gegoogelt. Mir war gar nicht so bewusst, dass es das Ganze in WoTLK auch gibt, aber klar, natürlich, also macht schon auch Sinn für jede Speedrun-Gilde auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und haben dann alle von den anderen Mid-Raidern auch alle denselben Char? Also ist das bei dir ein Zufall, dass du doppelt den Prod-Parler, den spielst, weil es halt kein anderer machen wollte? Oder ist es die Regel, dass dann habe ich einen Lock und Mage? Also, dass sie halt immer dieselbe Rolle ausfüllen? Man nennt das Ganze Clone, wenn man zweimal den gleichen Char spielt. Und wir hatten damals zu Ende TBC unter den Officern auch die Diskussion, weil wir in TBC noch keine Twink-Pflicht hatten, wie setzen wir das Ganze um? Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir gesagt haben, ein DD-Spieler muss ein DD-Alt haben, ein Tank muss ein Tank-Alt haben und ein Heiler ein Heiler-Alt haben. Oder Twink-Alt ist quasi der Begriff für Twink, falls es jemand nicht wusste. Und wir haben den Leuten aber dann sich selbst überlassen, welche Klasse sie spielen wollten, da wir so ein bisschen Angst hatten, wenn wir jetzt jemanden dazu zwingen, zweimal das Gleiche zu spielen, dass er vielleicht schneller die Lust verliert. Wir sind aber auch von TBC zu WOTLK immer mehr zum Speedrun übergegangen. Wenn ich jetzt mal so die Top-Gilden der Welt angucke, wie jetzt so Progress, None of the Above, Statement, whatever, die meisten von denen haben eine ganz klare Pflicht, dass die den gleichen Chart doppelt oder sogar dreifach haben. Weil die machen dann mit genau denselben Chars mehrere Speedruns pro Woche. Und es ist für die sehr viel einfacher, auch von der Planung her, wenn die Leute alle immer den gleichen Chart spielen, um die Setups zu machen. Weil so Setups für so Splitruns aufzubauen, also puh, ich sitze da pro Woche sicherlich zwei bis vier Stunden ran, nur die Setups einzuteilen, damit die Leute wissen, wann sie wo mit welchem Chart spielen. Da stimme ich dir zu 100 Prozent so. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bei uns ja schon nicht ganz so leicht. Wobei, eigentlich melden die sich bei uns im Discord an. Und wir sind dann immer so 28 Leute und drei werden halt gebencht und die anderen 25 kommen halt mit. Aber man hat selbst dort schon hin und wieder Diskussionen. Vor allem in TBC war es noch schwieriger. Gerade eben geht es. Aber das stelle ich mir wirklich organisatorisch schon nicht einfach vor. Aber hast du dann, oder gibt es bei euch dann auch, wenn du sagst, das ist jetzt eigentlich schon Pflicht, also jeder, der bei euch mitraidet, hat wirklich zwei Charaktere, die zwei Clones, wie du sie ja genannt hast, oder? Hat das wirklich jeder? Also jeder hat einen Twink. Das ist Pflicht. Bei uns war es so, dass wir gesagt haben, euer zweiter Charakter muss in der dritten Raid-ID fertig sein. Das hatten schon alle ab der zweiten Raid-ID. Und die Leute, die, und da gab es eine Person, die es nicht schaffen, den fertig zu haben, die würden ab dem Moment mit ihrem Mainchar gebencht werden. Ach klar. Also da gab es schon klare Regeln für, weil es sonst auch unfair wäre. Also alle Leute setzen sich hin und investieren die Zeit in ihre Twinks und profitieren. Man profitiert extrem auf seinen Maincharakter davon, einen Twink zu haben und halt doppelte Raids einfach zu haben. Und deswegen mussten wir da so schon klare Regeln für alle einführen. Ab wann warst du dann Level 80? Also wie viele Tage hast du für deinen allerersten Char gebraucht und wann war dann dein zweiter Char Level 80? Also mein erster Char war an Tag 2 Level 80 und mit allen Heroics auch durch. Ich habe das Ganze auch komplett auf Twitch gestreamt und man konnte dort den Verfall einfach sehen. Es war wirklich übel. Und der zweite Charakter, der war dann, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube an Tag 4 oder 5 Level 80. Okay, crazy. Das ist dann auf jeden Fall schon nochmal eine komplett andere Hausnummer. Aber gehört dann halt auch einfach dazu. Wie lange hattest du Urlaub? Ich hatte, ja, mehr oder weniger zwei Tage Urlaub. Aber da ich selbstständig bin, konnte ich mir die Termine so ein bisschen immer rumschieben. Also ich musste während des Zockens schon mal hier und da irgendwie einen Termin wahrnehmen. Aber ich habe mir das so gut wie möglich in der ersten Woche freigehalten. Okay, alles klar. Dann lass uns mal wirklich zu diesem Thema Speedrun kommen. Mal angenommen, ich bin jetzt kompletter Laie und ich schnappe dieses Thema auf. Wo fange ich denn an? Gibt es da eine Website, wo alle gelistet werden? Oder wie sehe ich denn, wer ist wirklich die schnellste Gilde oder der schnellste Raid-Kader? Oder wie starte ich denn mit dem kompletten Thema? Ja, also grundsätzlich, ein Speedrun kommt hauptsächlich ja aus den ganzen Arcade-Games wie Mario und sowas. Dass man einfach ein Spiel oder einen Teil des Spiels so schnell wie möglich beendet. Und in WoW ist es so, dass du mit einem Raid-Team, 25 Mann, in Classic noch 40 Mann, ein Raid so schnell wie möglich beendest. Und dafür gibt es ein paar Regeln und die Leute, die diese Regeln machen, sind auch die, die die Ranglisten stellen. Und das Ganze findet man auf warcraftlogs.com. Also die sind da quasi die, ja die, das ist schwer zu sagen, aber die entscheiden über alles, was Speedruns angeht. Wie sind die Regeln? Wie sind die Zeiten? Was hat man zu tun? Und so weiter und so fort. Und also auf der Seite findet man alle Informationen und auch die ganzen Leaderboards, welche Gilde gerade wo ist. Okay, also blende ich euch einfach mal im Hintergrund ein. Könnt ihr da einfach mal selber schauen und verlinken wir euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Du sagtest Regeln. Was kann ich mir unter einer Regel vorstellen? Also da muss man auch ein bisschen differenzieren, weil es gibt einmal den Progress Run, das ist wenn eine Instanz zum ersten Mal erscheint, wer den World First holt und die Speedruns. Für die Progress Runs gibt es so gut wie kaum Regeln. Also da ist fast alles erlaubt. Man darf Invis Potions benutzen, um an Mobgruppen vorbeizukommen, Sachen skippen, verschiedenste Consumables usen. Auf der anderen Seite für Speedruns gibt es sehr strikte Regeln. Ähm, nur mal als Beispiel jetzt, wie es jetzt in WOTLK für Max Ramas ist. Warcraft Logs hat, ähm, Listen rausgegeben von Mobs in der Instanz, die man töten muss. Und wenn man diese Mobs nicht tötet, einfach dran vorbeiläuft, also vielleicht kennen viele von euch den Spinnenflügel, da kann man ja auch an vielen Packs einfach dran vorbeilaufen. Wenn man aber einen Speedrun machen will, dann wird man dafür bestraft, wenn man dran vorbeiläuft. Das heißt, ich töte diesen Mob nicht, dann kriegt man eine Zeitstrafe dafür. Ähm, und deswegen gibt es da die Regeln schon mal, damit man, damit einfach alle auf dem gleichen Level sind. Damit alle wissen, okay, wir müssen das tun und wenn wir das alles tun, dann, ähm, dann, äh, competen wir in, in einfach derselben Kategorie. Also, dass ihr dann so gesehen wirklich die komplett gleichen Voraussetzungen habt, was zumindest schon mal den, den Trash angeht. So was ähnliches wird es dann vermutlich auch, also in diesen Progress Runs dann auch mit Consumables geben. Also mit, ähm, irgendwelchen Tränken oder, ja, Dingen, die ihr halt schlucken dürft oder verwenden dürft. Oder ist da alles erlaubt? Also, die Progress Runs sind so ein bisschen wie der Wilde Westen. Da ist alles erlaubt. Also, da darf man, äh, welche Tricks auch immer man in der Kiste findet, nur mal ein ganz kleines Beispiel. Vielleicht kennt eine von euch die Gilde Progress. Die hat ja, äh, zig World First, äh, in Classic gewonnen und auch einige gute Speed Runs gemacht. Die haben einen Trick herausgefunden, dass man aus dem, äh, Todesritterflügel einen einzelnen Mob, äh, mindcontrollen kann. Also, übernehmen kann, den haben die dann durch die gesamte Instanz gezogen und dieser Mob bufft Bosse oder auch andere Mobs mit der Todesritterfähigkeit, äh, Unholy Frenzy. Die erhöht zwar den Schaden von dem Mob, aber zieht dem Mob jede Sekunde auch ein Prozent HP ab. Also, im Progress ist alles erlaubt. Okay. Ah, dann hab ich das, glaub ich, grad verwechselt. Also, Progress, also, nochmal für mich, Idioten, Progress ist so gesehen, ähm, wenn ein neuer Raid rauskommt und da gehst du in den World First so gesehen. Richtig. Und der Speed Run ist wirklich der, den man dann halt danach, äh, wenn, wenn der World First oder der Server First oder was auch immer, äh, erlegt ist, dann schaut ihr, wie ihr die Zeit noch weiter runterkriegt. Das ist dann der wirkliche Speed Run. Okay, dann, dann frage ich nochmal anders, Entschuldige. Also, Progress ist genau einmal und der Speed Run ist dann alles das, was danach kommt. Okay, habt ihr dann, ähm, im, im Speed Run, gibt's dort dann diese speziellen Regeln? Also, von, äh, Consumables und von diesen ganzen Geschichten? Jaja, genau. Also, es gibt halt einmal die Regeln, dass du eine gewisse Anzahl an, an, an gegnerischen Mobs töten musst, dass du nichts skippen darfst. Ähm, dass du generell ein Speed Run beginnt mit den ersten Mob, den man, äh, mit dem man den Kampf anfängt in der Wing. Also jetzt Naxxramas als Beispiel hat ja vier verschiedene Flügel und es ist egal, in welchem Flügel man anfängt. Ähm, aber einer der ersten Mobs aus jedem Trashpack am Anfang muss im ersten, äh, Pull drinne sein und der letzte Pull muss Kel'Thuzad sein. Das ist auch so eine Regel, ja. Und dann halt, dass man verschiedenste Mobs töten muss. Man darf zum Beispiel gewisse Items nicht benutzen. Also, irgendwie, es gibt ja durch Engineering so ein Battle Chicken und all sowas. Äh, da gibt's schon ein paar Regeln, die, wo diese Sachen ausgeschlossen werden. Ähm, oder bei Lortep zum Beispiel gibt's ja so einen Sporenbuff und den kann man, nachdem Lortep stirbt, kann man diesen Buff mit in andere, äh, Teile des Raids nehmen. Man darf aber keinen anderen Boss anfangen, solange man den Sporenbuff hat. Das ist verboten, dann wäre der Run sofort, äh, vorbei. Also, dass ich's halt time, die Spore noch mitnehmen, mich raus, teleportier und dann, äh, einfach direkt, äh, in den nächsten Wing lauf oder mir das vielleicht dort schon vorbereitet hab und dann halt, äh, noch speziell oder halt besonders schnell weitermachen kann. Auch nicht erlaubt. Also, Trashmobs darf man damit machen. Aber nur Bossweiß, wie du gesagt hast. Okay, alles klar. Aber wer überprüft das dann? Also, ähm, macht das das Log schon automatisch oder wenn, mal angenommen, ihr habt den neuen, äh, schnellsten Run auf der ganzen Welt. Gibt's jemand, der dann da nochmal drüber guckt? Ihr müsst es sicherlich irgendwie belegen. Ihr müsst es via Twitch oder YouTube. Ihr braucht vielleicht auch Videomaterial. Oder reicht dort das Log-File so gesehen, das Warcraft? Also, der, der Log reicht im Endeffekt aus. Ähm, also, wahrscheinlich kennen die meisten von euch Warcraft-Logs, ähm, aber da gibt's auch noch so ein paar Unterkategorien. Wenn man jetzt ein Log hochlädt, dann checkt das Programm, was sie dort haben, erstmal selber, ob diese ganzen Kriterien erfüllt werden. Ähm, okay. Und anhand dessen wird dann der Log quasi freigegeben oder gesperrt. Ähm, es gab's aber auch schon mal bei uns, dass wir an sich alle Kriterien erfüllt haben. Aber das Programm, das so ein bisschen falsch was ausgelesen hat. Dann gibt's noch, äh, ein Spreadsheet von der Seite zum Beispiel, wo man den Log nochmal gesondert hochladen kann. Und wo sich dann auch Leute, die bei Warcraft-Logs arbeiten, sich das nochmal anschauen. Und ansonsten gibt's noch den Discord-Server von denen und auf dem Discord-Server, der wird, da werden diese ganzen Regeln quasi gemacht. Also, da sind viele Leute aus der Speedrun-Community, die ganz spezifisch über Regeln und was ist erlaubt und was würde gehen, was würde der, der Competition eher schaden, drüber diskutieren. Und dort werden dann die Regeln gemacht und dort kann man auch nachfragen. Hey, sag mal, unser Log ist hier irgendwie, ähm, geblacklistet, so, warum? Und da kriegt man meistens auch eine Antwort, warum das Ganze dann so ist. Da zählen dann vermutlich auch so Dinge mit rein, wie der Buff vom Dunkelmond Jahrmarkt oder irgendwie solche Geschichten. Oder ist sowas erlaubt? Für Speedruns ist sowas nicht erlaubt. Ich bin mir gerade nicht mal sehr sicher, ob man den Buff mittlerweile immer noch mit in den Raid überhaupt nehmen kann, weil Blizzard hatte das ja mal zu TBC geändert, dass diese ganzen Buffs gepurcht werden, sobald man eine Raid-Instanz betrifft. Zu Naxxramas in WUTLK im Progress war es allerdings so, dass bei Blizzard wohl irgendwer vergessen hat, das auch für die WUTLK-Instanzen so zu machen. Und im Progress-Run haben sehr, sehr viele Gilden dann den, äh, den Dartmoop-Buff mit in die Instanz genommen. Aber im Progress ist das erlaubt. Okay, weil genau deswegen frage ich, weil, weil das hatte ich mitbekommen, dass der auf einmal wieder da war und dann war ich mir selber nicht mehr sicher, ob das jetzt noch geht oder nicht. Und okay, alles klar. Also es gibt auf jeden Fall, ähm, festdeklarierte Regeln und eigentlich werden die meisten, und das ist ja eigentlich schon eine sehr coole Automatisierung, dann direkt beim Hochladen des Logs überprüft. Aber ich find's irgendwie auch geil, dass man dann doch nochmal irgendwie Anlaufstellen hat, wie du ja meintest, mit dem Discord-Server oder mit anderen sich nochmal so ein bisschen austauschen kann. Falls er mal wirklich geblacklistet wird, dann steht man nicht komplett irgendwie hilflos alleine da. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, ich benutze den Discord-Server auch. Also man ist ja nicht allwissend, nur weil man irgendwie ein Raid-Leiter von einer Speedrun-Gilde ist. Und wenn ich mal Fragen habe, äh, sag mal Leute, ist das und das erlaubt? Würde das und das gehen? Äh, dann stell ich das einfach da im Discord und krieg dann relativ schnell von den Entwicklern der Seite Warcraft Logs auch eine Antwort. Ach, die sind dann wirklich, also du kannst da wirklich mit den Entwicklern sogar chatten? Die sind da sehr aktiv, ja. Okay, so nah sind die dann zu ihrer Community. Das ist cool, hab ich jetzt auch noch nicht gewusst. Mal angenommen, ich würde mich jetzt dazu entscheiden, ich hab Bock auf eine Speedrun-Gilde. Ich will da mitmachen, ich hab jetzt ein Level 80er Char, der ist, ja, so halbwegs best in Slot. Fehlen schon noch ein paar Teile. Aber so rein vom Gedankengang denke ich mir, ich bewerbe mich jetzt bei euch. Was muss ich und was muss mein Char mitbringen? Was wollt ihr direkt ab Sekunde 1 von mir? Also, viele denken ja, es ist, ah, ich muss gute Logs haben oder ich muss Bissgier haben. Aber das Wichtigste wirklich ist das Mindset von dem Spieler. Also, wir gucken uns zwar natürlich Logs von den Leuten an und lassen uns auch immer ein Screenshot von dem sein Interface schicken und so. Diese ganz normalen Standardsachen halt. Aber das Gespräch mit dem Spieler selber, das ist für uns immer ausschlaggebend, ob wir den aufnehmen oder nicht. Weil, um zu Speedrun, man muss da einfach wirklich Bock drauf haben, den Extrameter zu gehen. Also, es ist ein Unterschied und wir merken das auch bei uns. Wir haben uns ja selber von Classic zu W.O.T.L.K. zu einer Speedrun-Gilde entwickelt, dass, wenn du Spieler dabei hast, die, ja, okay, ich bin dabei, ne, so, sag mir einfach, was ich machen soll. Das, das hindert dich in einer Speedrun-Gilde. Du brauchst wirklich Leute, die einfach von sich aus YouTube zum Beispiel durchforsten nach den neuen schnellsten Runs. Die von sich aus mal in Logs reingucken oder von sich aus auf ihren Klassen-Discords unterwegs sind und einfach selber die Initiative ergreifen, sich zu verbessern. Und das merkt man relativ schnell in so einem Bewerbungsgespräch. Also, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich hätte Bock, irgendwie Speedruns zu machen und ihr merkt für euch selber, dass ihr irgendwie in eurer Gilde einer der wenigen seid, die einfach mehr machen und mehr wollen, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass man so diesen Schritt von Casual-Spielen zu Speedrun auf jeden Fall machen kann. Euer Gear und eure Logs sind nicht ganz so wichtig. Also, gerade Gear ist überhaupt nicht wichtig. Wir achten eher darauf, wie hat er sein Gear zum Beispiel verzaubert und welche Juwelen hat er reingetan. Das sagt uns schon mehr aus darüber, ob derjenige sich mit seiner Klasse auseinandersetzt, als dass er jetzt Epic-Items hat. Ja, es kann jemand das beste Gear haben, was es gibt, aber wenn wir sehen, der hat irgendwie kleine Verzauberungen oder kleine Juwelen drin, dann ist das schon mal so ein Red Flag für uns. Wie steht ihr zu berufen, wenn da jetzt einer ankommt? Also, ich meine, in WUTLK gibt es ja schon stärkere Berufe, wie zum Beispiel den Inji, der für die meisten Klassen und Ausrichtungen ja eigentlich schon das Beste ist, was man wählen kann, allein wegen dem Boot. Sind Berufe bei euch Grundvoraussetzungen? Also, zum Beispiel Inji und keine Ahnung, Juwitz so haben oder wie steht ihr da dazu? Ja, also, Inji ist auf jeden Fall ein Pflichtberuf und jeder, der irgendwie Speedrun will, der muss auch Engineering haben. Einfach wegen den Nitro-Boots, wegen dem Fallschirm oder Bomben, Zapper. Aber das sind alles super wichtige Sachen, die man im Speedrun auch aktiv alle 25 Leute gleichzeitig benutzen, um schneller irgendwo durchzukommen. Also, Engineering, genau, Engineering ist absolut Pflicht und der zweite Beruf, seit WUTLK ist es ein bisschen entspannter mit dem zweiten Beruf, um ehrlich zu sein. Also, Juwelenschleifen ist meistens der zweitbeste Beruf und wir sagen auch, ihr müsst zwei Raid-dienliche Berufe haben. Also, ihr könnt jetzt nicht Engineering nehmen und dann mit Kräuterkunde ankommen. So, Kräuterkunde bringt nicht wirklich was für den Raid, beziehungsweise gar nichts. Aber es gibt jetzt mehrere Berufe, die ungefähr gleich auf sind neben Engineering. Und ob man jetzt die Sockel von Juwelenschleifen hat oder die VZ von Schneiderei, das sind so minimale Unterschiede, dass, ja, das macht halt, also Spieler, wo man den Unterschied merkt, welchen zweiten Beruf man hat, die gibt's kaum. Also, da muss man quasi schon am absoluten Maximum spielen und selbst dann sind's vielleicht zehn DPS-Unterschied. Aber zwei Raid-dienliche Berufe sind Pflicht, ja. Okay, also auf jeden Fall zwei Herstellungsberufe dann, weil Kräuterkunde, Bergbau und Kirschner haben ja nur diesen Passiv mit bisschen Grit, bisschen Ausdauer und irgendwie ein Self-Heal bei Kräuterkunde. Dann geht's dann wirklich darum, um Inji plus noch einen zweiten anderen Herstellungsberuf. Genau, ja. Gibt's sonst noch Dinge, also jetzt neben dieser Grundeinstellung, da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, wenn einer kommt, merkt ihr, vor allem da ihr ja schon erfahren seid, merkt ihr schon sehr schnell, ob es derjenige ernst meint. Du hast gesagt, ihr lasst euch auch noch einen Screenshot vom Interface schicken. Ist das so normal? Also wir machen das nicht. Ja, also das sind halt alles gute Indikatoren. Ich meine, ich spiele WWE jetzt seit was, 15, 16 Jahren, wie lange das noch draußen ist und man entwickelt sich ja auch selber. Das erste Mal macht man das Spiel an und man spielt einfach mit dem, was man hat, weil man's nicht besser weiß. Aber man fängt halt irgendwann an zu merken, hey, so ein Damage-Meter ist ja ganz cool. Und dann fängt man an sich Addons drauf zu tun. Und umso mehr man spielt, umso mehr man raidet, umso mehr verändert man sein eigenes UI ja auch, dass es einem hilft im Raid. Ja, so nur mal als kleines Beispiel. Wenn man ein Heiler ist und man spielt in einem Raid, angenommen man hat seine Raid-Frames, also dort, wo man alle seine Leute im Raid sieht, irgendwo links oben in der Ecke, ja, dann muss man als Heiler, da man ja hauptsächlich auf die Raid-Frames guckt, die ganze Zeit links oben in der Ecke mit der Maus rumgehen und dort die Leute heilen. Die wichtigen Sachen spielen sich aber in der Mitte des Bildschirms ab. Das heißt, wenn sich jemand bei uns bewirbt und der ist ein Heiler, an so Kleinigkeiten erkennen wir halt, wie er sich mit seinem UI auseinandersetzt. Als Heiler macht's immer Sinn, die Raid-Frames in die Mitte des Bildschirms zu packen. Nur mal als Beispiel. Und da achten wir halt einfach drauf. Also sind dann wirklich so diese Kleinigkeiten. Also geb ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaub, geht's vermutlich gar nicht so sehr um Logs. Vor allem, wenn man mit anderen schlechten Leuten raidet, dann kann man ja selbst gar nicht so gute Logs bekommen. Und Gear, ja, vor allem in dieser Phase ist es halt noch ein bisschen glückabhängig, was droppt. Spannend auf jeden Fall. Wie macht ihr das? 40 Sekunden oder sowas. Aber ihr braucht einfach drei, vier Minuten. Dann heißt das automatisch, dass ihr, dass euer Pass, der auf Warcraft Logs angezeigt wird, der wird automatisch niedriger sein, als jemand, der in einer Gilde spielt, wo die Bosse schnell fallen. Das heißt aber nicht, dass ihr schlechter spielt. Ja, und das kann man auch in den Logs sehen. Man kann genau sehen, wann benutzt er seine Cooldowns, welche Tasten benutzt er, wie bewegt er sich. Und wir gucken uns eher sowas an. Wir achten nicht auf die Zahl, wo die meisten Leute halt drauf gucken, oh, ich hab bei dem Boss eine 93 geschafft. Die ist für uns relativ irrelevant. Okay. Da müssen wir dann vielleicht nochmal eine separate Folge machen, wo du mir mal in Detail Warcraft Logs erklärst, glaube ich. Ich bin derjenige, der guckt da drauf und ich schaue mir da so ein bisschen Parsis an und ich schaue, wie viel Schaden die jeweiligen Schaden aus Teilen bei uns geballert haben. Aber so ins Detail gehe ich natürlich nicht. Müssen wir natürlich auch nicht, weil wir da auch nicht so schnell durchwollen oder können oder wie man es dann auch immer sagen will. Aber es ist super interessant. Mal angenommen, jetzt kommt Phase 2 und ihr bereitet euch für Ulduar vor. Habt ihr eine wirkliche Vorbereitung? Also habt ihr, stackt ihr Consumables oder macht ihr dann wirklich vor dem ersten Run? Geht ihr so eine reine Taktik ab? Wir gehen rein und dann erst links und dann machen wir den Boss und dann alle sofort porten und jetzt alle Boots ziehen und dann, also wie ist diese Vorbereitung im Vorfeld? Im Vorfeld auf einen Speedrun oder im Vorfeld auf jetzt, wenn Ulduar rauskommt? Lass uns mal bei dem Thema bleiben mit Progress, also ihr geht Richtung Realm First, World First, Deutschland First, wie auch immer. Also für Naxxramas haben wir mit den Vorbereitungen ungefähr anderthalb Monate vorher angefangen und wir haben uns ganz klar eine Route gesetzt. Wo laufen wir lang? Wann benutzen wir unsere Rocket Boots oder Nitro Boots? Wer läuft nach rechts? Wer läuft nach links? Wo stellen wir den Boss hin? Also wir haben schon alles von Anfang bis Ende durchgeplant. Auch wo tun wir unseren Heardstone dann hin? Weil nach Naxxramas musste man ja dann noch weiter zu Maligos oder Satarion. Aber das wird schon von Anfang bis Ende durchgeplant. Nach bestem Wissen und Gewissen. Also man weiß natürlich auch nicht alles und es ist immer wieder spannend dann auch zu sehen, was so die anderen Gilden sich haben einfallen lassen, weil die Progress Runs sind schon sehr unterschiedlich. Aber ja, wir probieren, wir setzen uns zusammen ins Discord hin. Ist auch unabhängig davon, ob das jetzt nur ich als Raidleiter oder Raidmember dabei, Trials dabei ist, ist völlig egal. Jeder, der Bock hat, da irgendwie Gehirnzellen zu verbrennen und sich Gedanken zu machen, wie wir am besten da durchkommen, am schnellsten, kann da immer mitgehen. Und wir haben dann eine Datei, also ich habe irgendwie eine Word-Datei oder whatever, PowerPoint, was auch immer man da machen will, wo wir dann wirklich Raum für Raum Bilder haben und die Routen eingezeichnet haben und wo jeder dann eine Notiz dran hat, dass jeder auch weiß, wann er was machen muss. Ach so krass. Also ihr habt wirklich Raum für Raum, dass jeder direkt weiß, hier gehen wir da lang, hier springen wir dort runter. Also ihr geht so ins Detail. Muss man vermutlich auch, oder? Ja, also ich müsste selber mal nachgucken, aber ich glaube unsere Naxxramas-Route war, habe ich um die 30 Seiten oder so geschrieben gehabt. Und ja, es ist halt wichtig, dass man das alles einteilt, weil es sind halt, es ist ja nicht so ein Speedrun von so einem Arcade-Spiel, wo du alleine sitzt und dann spielst du und spielst du und probierst es und probierst es und wirst halt immer besser und mal hast du Glück und mal hast du nicht. Speedruns in WoW und genau das macht das für mich so dermaßen interessant, ist halt eine Teamsache. Es müssen alle aus einem Team an dem gleichen Strang ziehen, um das Ziel zu erreichen. Und wenn ein oder zwei Personen aus diesem Team irgendwie davon abweichen, dann tut das dem gesamten Team und dem gesamten Ziel weh. Und das macht es für mich nochmal so knackig, dass halt diese Speedruns als Team so interessant sind. Braucht dadurch aber natürlich auch, weil du ja den Vergleich bringst mit dem Arcade-Game, deutlich mehr Vorbereitung, oder? Also bist du alleine? Hast du noch Offices, die dir dann irgendwie dabei helfen? Weil wenn du das alles jedes, oder nicht jedes Mal, sondern komplett alleine planen musst, klar, du meintest, wer da Lust hat, Gehirnzellen zu verschießen, der kann sich dir da gerne anschließen. Aber seid ihr ein festes Team, wo ihr sagt, okay, hier müssen wir noch ein bisschen Zeit rausholen. Wie gehen wir das an? Oder bist das hauptsächlich schon du? Also, es liegt natürlich in meiner Verantwortung, also ist es auch hauptsächlich mein Job, das zu tun. Aber ich probiere so viele Leute wie möglich immer ins Boot zu holen. Und ich schaue mir viele Sachen an, zum Beispiel macht irgendeine andere Gilde einen Speedrun. Und dann gucke ich mir das natürlich an. Und ich gucke, okay, das kennt man, das kennt man nicht, aber das ist vielleicht neu. Okay, da könnte man mal drüber reden. Oder ich komme selber auf Ideen. Also ich meine, wir haben jetzt auch eine Idee, die ich jetzt noch nicht so ganz enthüllen will. Aber dann frage ich halt verschiedene Leute bei mir aus der Gilde, unabhängig davon, ob das jetzt ein Offizier ist oder ein Raid-Member. Ey, hier, ich habe die und die Idee, können wir uns da mal zusammensetzen? Und dann mache ich einfach einen Termin im Discord aus, wo ich sage, jo, hier ist Taktikbesprechung, lasst mal zusammenrocken. Und da kommen dann meistens auch so irgendwie drei bis zehn Leute zusammen, wo man dann einfach die Ideen alle in den Topf schmeißt, so ein bisschen Brainstorming macht. So, und dann guckt man, können wir diese Ideen überhaupt umsetzen? Weil da geht es auch ein bisschen um, ja, man muss ein bisschen rechnen, weil man weiß, okay, wir haben so viele Mobs in diesem Pull und was haben wir dafür da? Haben wir dafür Consumables? Ja, nein. Können wir diese Consumables überhaupt benutzen, weil wir vielleicht vorher bei einem Boss Consumables benutzt haben und die noch auf CD sind? Und dann geht man halt so diese Checklisten durch, so können wir das, können wir das, können wir das? Und dann guckt man, okay, wir haben so und so viele Mobs, die haben so und so viel HP. Wie viel Schaden können wir dort machen? Können wir diesen Pull überhaupt so machen? Weil, also haben wir überhaupt genug Schaden, um diesen Pull so zu machen? Und das muss man natürlich dann auch ein bisschen ausrechnen und da bin ich auch froh, dass wir ein paar Leute in der Gilde haben, die da recht pfiffig sind, was Mathe und so angeht. Und ja, und am Ende sitzt man dann da und denkt sich, ja, okay, also auf dem Papier geht's, was probieren. Da wird dann WUTK, wird ich noch zum halben Studium, schau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Zeit, die man da reinstecken kann, ist ja endlos. Man kann da für immer drüber labern. Dann hau mir mal noch als jemand, der da mit seiner Gilde, ich nenne es mal, ambitioniert durchgeht und wir clearn da natürlich auch alles. Also schafft ja vermutlich auch jeder im T7-Content. Und wir schaffen auch drei Drachen und wir sind so einfach normal ambitioniert. Habt ihr irgendwie jetzt mal auf Naxx25er bezogen? Habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr preisgeben könnt, die auch relativ einfach sind? Vielleicht jetzt für unsere Zuhörer oder Zuschauer auch da draußen, wo man sagt, das ist eigentlich so offensichtlich, man macht's aber im Regelfall nicht. Gibt's da so ein paar spezielle Dinge? Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Also nur mal ein paar Optionen, die ihr vielleicht einfach mal, also entweder seid ihr ja gerade selber Raidleiter und hört zu oder ihr gebt das vielleicht dann einfach an eure Raidleitung weiter. Aber das beschleunigt den Raid, aber auch vor allem, wenn ihr Lust irgendwie habt, auf mehr Schaden bei Bossen zu machen, zum Beispiel. Ja, also Heigen kennt ihr alle. Es gibt den Heigen-Dance und die normale Taktik ist, dass die Ranged-EDs und Heiler oben auf die Plattform gehen und die Melees stehen unten. Ähm, es gibt da jetzt so eine neue Taktik, wo man einfach als Melees hochgeht auf die Plattform und die Caster bleiben alle unten am Eingang stehen. Ähm, das hat mehrere Vorteile. A, ihr könnt schneller anfangen, Schaden zu machen. B, von euren Todesrittern, die ganzen Pets sterben oder generell Pets sterben nicht die ganze Zeit an dem, an dieser grünen Suppe, die da hochkommt. Und, warum das überhaupt geht, ist, die grüne Suppe, die dort hochkommt, die macht so gut wie gar keinen Schaden. Also, der meiste Schaden, der reinkommt, ist immer noch die Krankheiten von Heigen. So, das könnt ihr definitiv mal ausprobieren, das, äh, also macht den Fight sehr viel einfacher und ihr werdet sehr viel mehr Schaden machen. Ähm, was ich dann noch vielleicht hätte, ist, ähm, bei Verlina, ist, die normale Taktik ist ja, dass ihr die Ads, die dort, da, es gibt sechs Exum, Ads um Verlina herum, ähm, vier, äh, wie heißen sie nochmal, also zwei Follower und vier Worshipper auf Englisch. Ähm, und die Worshipper müssen ja in der 25er Version von einem Priester übernommen werden, zum Boss gebracht werden und dann explodiert werden lassen, damit der Boss nicht in seinen Enrage reingeht. Und die Sache ist nur, man braucht das nicht. Also, man kann auch einfach alle Mobs auf einen Fleck Vollgas reinheimern und Verlina braucht eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, also mindestens eine Minute, bevor sie überhaupt erstmal ihren ersten Enrage bekommt und da kann dann auch einfach euer Tank sein Dev-CD ziehen, euer Priester kann ein CD auf den Tank geben und dann ist der Boss auch schon tot. Also, da müsst ihr euch nicht irgendwie Gedanken machen, ah, okay, der Priester muss meinen kontrollen und nee. Einfach alles auf einen Haufen umhauen und ihr werdet euch wundern, wie einfach das dann doch ist. Und einen vielleicht weiteren Tipp, der jetzt noch nicht ganz so, äh, in der breiten Masse angekommen ist, wo ihr euch aber vielleicht mal drauf umstellen könnt, wenn ihr einen Feral in eurem Raid habt, ähm, und das betrifft Patchwork. Es ist ja im Moment so, dass man ein Tank plus zwei weitere Tanks für die Hateful Strikes hat. Und ein paar fiffige Leute haben sich da Gedanken gemacht und haben sich überlegt, ja, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht drei Tanks brauchen, sondern nur noch zwei Tanks. Und die Antwort war dort ein Dudu-Tank, also der Feral, der muss dafür nicht umspecken, er muss einfach nur anderes Gear anziehen. Und wie man das erreicht ist, dass der Feral-Tank einfach so viel Ausdauer-Gear anzieht, dass selbst wenn er einen Hateful-Strike bekommt, immer noch mehr HP hat als alle anderen DDS. Also haben die Leute angefangen, ihrem Feral-Tank, dass, äh, dieses Polar-Set, was es eigentlich mal gedacht war für Saphiron, der ist, ähm, Frost-Resistenz-Set, hat unheimlich viel Ausdauer drauf. Macht euch das Set, holt euch Ausdauer-Trinkets und euer Druiden-Tank wird über 50.000 HP haben. Und wenn ihr so viel HP habt, braucht ihr keinen dritten Tank. So, vielleicht mal für die Zukunft kann man da an so einem Set arbeiten, das wird auch eure Kill-Times natürlich erhöhen, äh, weil ihr einfach einen Schadens, äh, Schadensmacher mehr habt. Also das hab ich jetzt auch noch nie gehört. Also den Hagen-Tipp, äh, kannte ich, aber auch nur, den haben wir gestern sogar zufälligerweise so gespielt, dass wir halt drin stehen geblieben sind. Aber wir haben den nicht auf die Plattform gezogen. Das wollten wir jetzt vielleicht mal beim nächsten Mal machen. Ähm, aber das bei, bei Patchwork hab ich noch nie gehört. Das ist echt, das ist echt eine richtig gute Idee, auf jeden Fall. Klar, du brauchst halt diesen einen Feral, äh, und der braucht auch das Set oder halt ähnliche Ausdauer-Gegenstände, aber ist auf jeden Fall smart. Also hab ich, hab ich jetzt so noch nie gehört. Gibt's hier irgendwie. Und vor allen Dingen muss auch keiner weiter umskillen dabei, ne? Weil, wenn du einen Feral dabei hast, äh, sobald er in Bär geht, der hat das sowieso geskillt, dass er, ähm, dass er Krit-Immun ist. Und normalerweise ist es ja immer so, dass man dann da steht und eventuell ist vorher eingeteilt. Und dann, yo, äh, welche zwei Leute tanken denn diese Woche um für Patchwork? Und die ganzen Death-Night-Idees dann immer, äh, ich will aber Schaden machen. Und, so, und, ne, das regelt sich dadurch, weil niemand muss ums Becken einfach. Der Dudu, der geht einfach in Bär, zieht seinen HP-Gear an und abfährt. Klasse Tipp. Also, hat ich, jetzt muss ich gestehen, hab ich noch nie gehört. Und, äh, ja, muss ich mal bei unserem Raid-Liter oder bei, bei, bei unserer Katze anbringen. Schauen wir mal, ob da, ob es da so viel Motivation gibt, sich das Set zu bauen. Ein kleinen Tipp. Ein kleinen Tipp hätte ich vielleicht noch. Und das wäre für Thaddeus. Ähm, wir haben es selber so gemacht. Dass wir, äh, bei Thaddeus Bloodlust, ähm, gezogen haben, sobald die ersten Polaritäten kamen. Ähm, alle haben ihre CDs aufbewahrt, haben, man hat quasi erst die beiden Mobs außen getötet, ist rübergesprungen, haben sich aufgestellt. Und sobald die Polaritäten kamen, weil dann kriegt man ja mehr Schaden, haben wir Bloodlust gezogen und CDs. Man kriegt aber wesentlich mehr Schaden und eine wesentlich schnellere Killtime, wenn man die ersten CDs bei den Ads an der Seite used. Dann runterspringt und das Bloodlust erst so bei 35 bis 30 Prozent Boss AP used mit den zweiten Cooldowns zusammen. Weil eine Sache vielleicht overall, mehr Cooldowns heißt immer mehr Schaden. Also ganz grob gesagt. Stimmt. Also ich mein, rein logisch betrachtet hat man ja genau bei diesem Kampf genügend Zeit, dass man direkt am Anfang bei den beiden Ads einmal seine eigenen Personal Cooldowns halt zieht, dann rüber und dann bei 35 Prozent halt mit KR, die dann vermutlich nochmal ready hat. Stimmt. Ja. Es ist keine dumme Idee. Also gern weitere solche Boss-Tipps. Ich glaube, die Leute und vor allem auch ich sind da mega begeistert. Also wenn du noch irgendwas hast. Ja, Lordtipp. Lordtipp ist genau dasselbe Prinzip. Also normal ist es ja so, dass man die Sporen-Buff sich holt. Und bei den meisten ist es so, okay, sobald wir vier Sporen haben, haben so gut wie alle unsere CDs einen Buff. Dann ziehen wir Bloodlust und Abfahrt. Ähm, auch da ist es genau dasselbe Prinzip. Zieht eure ersten Cooldowns, ähm, am Anfang. Und, oder wenn ihr den Sporen-Buff habt und zieht Bloodlust auch erst bei 30 Prozent oder so. Weil dann haben sowieso alle die Spore. Ähm, und ihr habt nochmal euren zweiten Cooldowns dabei. Es ist immer wichtig, dass man Bloodlust mit den Cooldowns zusammentimt. Aber da genau das gleiche, nicht Bloodlust am Anfang ziehen oder wenn alle vier Buffs haben, sondern einfach warten bis ungefähr 30 Prozent und dann ziehen. Weil Lordtipp und Thaddeus haben so einen hohen HP-Pool, dass man halt auf jeden Fall zweimal CDs haben wird, was viele andere Bosse nicht haben. Hm, sehr, sehr guter Hinweis. Gibt's beim Trash irgendwas zu beachten? Habt ihr da so einen Geheimtipp? Ah, Trash. Spinnenflügel oder irgendwie sowas oder ich weiß es nicht. Ich meine, klar, das geht schon schnell, aber vielleicht hat ihr da noch was Spezielles? Es sind natürlich, also der Trash ist so die Sektion im Speedrun, die man halt probiert zu optimieren. Und da gibt es sehr, sehr viel zu optimieren. Und das meiste davon ist wahrscheinlich jetzt auch zu viel für Gilden, die einfach nur ein bisschen sich verbessern wollen. Aber nur mal als Beispiel, was zum Beispiel so Pults in einem Speedrun sind oder wie wir uns da helfen. Die ersten Mobs im Konstruktionsviertel, da wo Patchwork steht, diese Abomination, genau, die machen ja einen Stun. Und wenn ihr die Free-Action-Potion benutzt aus Classic, dann könnt ihr diesen Stun umgehen und bekommt wesentlich weniger Schaden. Das heißt, in Speedruns pullt man die ersten beiden Räume komplett in einen Pull zusammen. Alle usen eine Free-Action-Potion. Und dann usen alle ihre Cooldowns und hauen die Mobs weg. Also gerade CDs benutzen im Trash ist eine große Sache, die halt viele eher Casual-Gilden nicht wirklich machen. Und das gleiche auch im Spinnenviertel. Es hilft, diese Spinnen ganz am Anfang, vielleicht einfach mal schickt euren Paladin-Tank vor in einer Bubble und lasst ihn alle Mobs auf einem Fleck zusammenziehen. Und dann geht rein und macht Schaden. Weil diese Mobs, die ziehen einen ja die ganze Zeit hin und her, wenn man dort ohne Bubble reinrennt. Und das macht's auch, so kriegt man's hin, in einem Pull irgendwie fünf, sechs Trash-Packs zu machen, wofür man sonst vorher irgendwie drei Pulls bräuchte. Ja, und das gibt's auch im Wing von Loatab zum Beispiel. Das ist meistens der erste Raum, wenn ihr in einen neuen Wing reingeht. Das ist meistens der Raum, wo ihr einen sehr großen Pull machen könnt. Und wo ihr euch dann auch einfach, wenn ihr das in jedem Raum so macht, durch vier halt, vier Wings, dann spart ihr euch sicherlich fünf, sechs Minuten auf eure gesamte Zeit. Ja, guckt, dass ihr in den ersten Räumen immer so viel wie möglich zusammenziehen könnt. Benutzt dort all eure Cooldowns. Def-CDs vom Tanks. Ja, Bloodlust vielleicht jetzt gerade nicht. Bloodlust sollte für die Bosse da sein. Aber gerade Demo-Warlogs machen sehr, sehr viel AOE-Schaden, wenn sie Metamorphose anmachen. Oder Schurken machen extrem viel AOE-Schaden. Als Schurke zum Beispiel könntet ihr dann auch für immer den allerersten Pull eines neuen Wings einfach auf euren AOE-Spec wechseln, den ersten Pull machen, super viel Schaden machen und dann für die Bosse, die danach kommen, einfach wieder auf euren Single-Target-Spec. Ich merke schon, wir sollten da auf jeden Fall mal so einen Speedrun von euch irgendwann mal, den ihr Public stellt, auseinandernehmen und du sagst einfach zu jedem Trash-Pack oder zumindestens zu den spannenden Trash-Packs, erzählst du uns ein bisschen was und dann können wir wirklich mal nochmal Boss für Boss durchgehen. Also finde ich super spannend für jemanden, der da halt zweimal pro Woche reingeht und das Ganze halt nochmal viel oberflächlicher betrachtet und sich schon irgendwie geil fühlt, wenn man da, weiß ich nicht, in zwei Stunden durchkommt. Aber ist ein super cooles und ein super spannendes Thema. Also das müssen wir mal machen. Ihr könnt uns da gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich sowas gefallen würde. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Dann benutzt ihr oder hast du jetzt vielleicht auch in diesem Fall spezielle Add-ons, wo du sagst, ist einfach ein Must-Have. Also Weak-Auras benutzen oder benutzt ihr eigentlich eher DBM, also Deadly Boss-Modes oder gibt's da irgendwelche Geheimtipps? Ja, also so wirkliche Geheimtipps, ja, gibt's da eigentlich nicht, aber du hast es selber schon gesagt, Weak-Aura ist einfach, es ist das Add-on. Also wer irgendwie sich verbessern will, der sollte schon sich mal mit Weak-Aura auseinandersetzen. Und selbst bei uns in der Gilde ist es so, dass wir Leute haben, die nicht wirklich eine Ahnung haben von Weak-Aura. Und ich glaube euch da draußen, den meisten von euch, euch geht's genauso. Ihr kennt das Add-on, aber ihr macht das Add-on auf. Da stehen zig Sachen und man sitzt da erstmal vor und ist total erschlagen. Da wirklich ein großer, großer Tipp für euch. Ihr müsst euch nicht mit Weak-Aura auskennen. Absolut nicht. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, es gibt eine Option, da steht Importieren. Und es gibt eine Internetseite, das wäre wargo.io. Dort stellen tausende Leute die Weak-Auren hoch, die sie selber quasi erfinden. Und ihr könnt einfach auf diese Internetseite gehen, euch irgendeine Weak-Aura aussuchen. Ihr könnt da gehen, da gibt's Oberkategorien für Paladine, für Tanks, für Heiler, für Naxxramas, für Dungeons. Und dann klickt ihr einfach auf die Oberkategorien, guckt euch dort die ganzen Weak-Auren an, da gibt's schön Bildchen mit dabei. Und wenn ihr denkt, oi, die sieht aber gut aus, die könnte mir helfen, dann klickt ihr da auf die drauf. Oben rechts gibt's dann einen Kopieren-Button, geht in euer Spiel rein, drückt in Weak-Aura auf Importieren, einfügen, zack, fertig. Ich hab dir die voreingestellte, fertige Weak-Aura auf eurem PC drauf. Also das ist so der größte Tipp, den ich den meisten Leuten geben kann. Lasst euch nicht von Weak-Aura abschrecken. Also das ist wirklich unfassbar einfach. Also wie du schon sagst, mit der Website. Und dann geh ich einfach auf dieser besagten Seite, blende ich euch auch gerade eben ein, oder verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal. Da geht ihr dann nur auf euren Spec, wie du ja auch gerade eben schon meintest. Und das find ich halt so cool, da sind halt vor allem Screenshots. Und wenn du kompletter Anfänger bist mit Weak-Aura, dann denkst du dir, ah, das sieht cool aus. Und dann steht irgendwie drüber, ich spiel jetzt selber einen Priester, besser gesagt einen Disziplin-Priester. Und dann hab ich halt irgendwas gebraucht, dass mir in meinen Raid-Frames die Schilde angezeigt werden. Also wer hat halt einfach noch den Debuff, den ich nicht mehr schilden kann. Und da gab's halt was Fertiges, hab ich gesehen. Import-String, also dann kopierst, machst du Steuerung C, dann gehst du wieder in das Add-on rein, also ins Spiel, in das Add-on, klickst auf Import-String, Steuerung V und schon war das drin. Super einfach und verschieben. Und diese kleinen Anpassungen kann man ja machen. Und selbst, also ich würde auch trotzdem jedem empfehlen, sich mal damit zwei Stunden zu befassen, in den nächsten Mana-News oder in den übernächsten. Machen wir als Add-on der Woche mal eine Weak-Aura. Und da zeig ich euch auch als Weak-Aura, ich nenn's mal Anfänger bis Fortgeschrittener, wie super einfach das ist. Ja, auf jeden Fall. Baut ihr auch eigene Weak-Auras dann? Oder hast du spezielle vorbereitet für deinen Raid? Ja, also unser Gildenleiter, ich bin ja nicht mehr der Gildenleiter von Ambu, ich hab die Gilde zwar gegründet und war bis Black Temple auch Gildenleiter, hab mich dann aber daraus zurückgezogen, weil ich hatte keinen Bock mehr beides zu machen, da bin ich ehrlich. Unser jetziger Gildenleiter ist, ich glaub, der macht doch beruflich irgendwas mit IT oder so. Und wenn wir irgendwas haben, wir gehen einfach zu dem hin und sagen, okay, ich hätte gerne, dass mir das so und so angezeigt wird und wenn das passiert, soll das passieren, der macht uns das. Also egal, was wir haben wollen, der kann das und der macht das. Zum Beispiel gibt es ja auch Weak-Auchen für, die sind jetzt klar für mich als Raid-Leiter interessant, aber auch für viele andere, die mir anzeigen, die Cooldowns von anderen Leuten. Das heißt, du bist jetzt Discipreest, richtig? Wenn ich jetzt als Raid-Leiter sage, Spieler XY, mach Pain-Suppression auf den und den, dann zeigt mir die Weak-Aura an, dass er sie benutzt, auf wen er sie benutzt und wie lange sie noch Cooldown hat. Und das gibt's schon sehr lange. Das Problem mit WTLK war aber, dass die Cooldowns alle resetten, sobald du einen Boss tötest. Also bin ich zu unserem Gilden-Leiter gegangen und hab gesagt, hier, ich hab da die Weak-Aura, aber die CDs müssen einfach resetten. So, da hat der sich hingesetzt und ja, zwei, drei Stunden später, hier, bitteschön, hast du eine Weak-Aura. Und ich mein, das sieht man wahrscheinlich bei mir in den Streams auch, die hab ich links unten in der Ecke, da fragen auch immer viele nach, so ey, wo hast du die runtergeladen? So, ja, die haben wir selber gemacht. Publiziert ihr die auch oder ist das komplett intern? Also, wenn dich jetzt jemand anschreibt im Stream und sagt, hey, genau wie du grad meintest, kommt man irgendwie hin? Oder teils, teils? Also, ich, wenn jemand fragt, dann publizier ich die auch gerne. Also, ist jetzt nicht so, dass wir da sagen, so, ah, da haben wir Anbu-Copyright oder so drauf. Also, absolut nicht. Aber ist jetzt nicht so, dass wir Weak-Auren herstellen mit dem Ziel, die zu publizieren. Ja, also, wir machen das halt einfach so, wie wir es brauchen. Wenn wir irgendwas brauchen, geht einer von unseren Rape-Membern dahin, fragt nach und dann kriegt er die. So, und wenn es dann natürlich vorkommt, dass jemand im Stream guckt und sagt, ey, yo, sag mal, hast du eine coole Weak-Aura da? So, welche ist das? Und ich denen sage, ja, die haben wir selber gemacht. Dann würde ich die auch hochladen, klar. Also, ich glaube, so das Spannendste, was ich bis jetzt gemacht habe, war einfach nur, dass mir meine Cooldowns angezeigt werden, und dass ich genau halt weiß, wann meine längeren CDs wieder ready sind und irgendwie solche Geschichten. Und das war bei mir schon irgendwie das Höchste der Gefühle. Aber es geht schon. Also, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann kommt man da schon rein, weil ja irgendwie jede Weak-Aura auf demselben basiert. Aber man muss sich schon mal zwei Stunden damit befassen. Habt ihr für euren Rate so ganz spezielle, wo du sagst, boah, die hilft uns allen schon wirklich? Also, so out of the box? Ja, schon. Also, ähm, ganz banale Weak-Aura, die Polarity-Weak-Aura von Thaddeus. Ähm, alle haben auch mir, also ich bin so, der, mein Raid-Lied-Stil ist, umso mehr automatisiert wird, umso einfacher ist es für alle. Und dann kamen auch Leute an, weil die Weak-Aura zeigt dir im Endeffekt einfach nur an, wo du hinlaufen musst, wenn du eine Polarität hast. Du stehst auf einer Seite und dann switcht deine Polarität und dann kommt so ein Horn, so blöd, in deine Ohren und ein Pfeil, der einfach in die andere Richtung zeigt. Natürlich kann man da denken so, ja, aber hey, äh, wir sind doch nicht dumm, ne? Ich kann ja wohl nach rechts oben gucken. Aber die Wahrheit ist einfach, es passieren in einem Raid tausende Entscheidungen. Also jeder Spieler muss hunderte, wenn nicht tausende Entscheidungen treffen und alles, also wirklich alles, was man sich einfacher machen kann, sollte man auch machen, egal wie banal es ist. Wir haben zum Beispiel auch eine Weak-Aura für Keltu Sat, die einfach, wenn eine Void-Zone kommt, die einfach auf deinem Bildschirm dir anzeigt, ey yo, eine Void-Zone kommt. Auch wenn die woanders ist, aber dann guckt man nochmal, ah, okay, ich gucke genau darauf jetzt, ja. Und da gibt es so viele kleine Weak-Auren, ähm, die jeder von uns benutzt, die einfach so an kleine Sachen reminden. Ich als Paladin zum Beispiel hab mir eine Weak-Aura gemacht, die mich, äh, daran erinnert, dass ich bei einem Boss ein anderes Siegel benutze wie im Trash. Ja, so, natürlich kann ich da selber dran denken, aber man vergisst auch mal Sachen, ne, ich, es ist einfach so. Und overall eine gute Weak-Aura, die halt so ähnlich funktioniert wie, wie DBM oder Big Wigs oder so, es sind halt so, so Weak-Auren-Pakete, die man sich auch runterladen kann, so, ich glaub jetzt, die heißt Temp-Spec oder so, die zeigt dir im Grunde genommen alles Mögliche an. Die funktioniert genauso, wie, wie ein, äh, Deadly Boss-Mods auch funktioniert. Vielleicht sogar noch detaillierter. Weil da ist ja grad eben auch so das Thema, ähm, also ich bin jetzt wirklich am überlegen, ob ich im nächsten Raid mal DBM ausmach und genau dieses besagte Weak-Aura-Paket, ähm, mir mal, also mal ausprobiere und mit dem halt mal probiere zu raiden. Ich find's halt dann vermutlich erst raus, wenn ich halt ein Raid gelaufen bin, aber, ähm, ich glaub, ich glaub, das ist nämlich in Kauf. Ich find halt einfach, ähm, bei der Weak-Aura hat sich halt jemand pro Boss was gedacht und der versucht dann halt einfach, das einem Idioten wie mir so gut darzustellen wie möglich. Das ist einfach so. Da ist halt jetzt einfach eine falsche Polarität, lauf auf die andere Seite. Wobei das vermutlich ein dummes Beispiel ist, weil ihr habt dann ja erst mal deklarieren müssen, was ist Minus, was ist Plus, wann kommt der Pfeil überhaupt. Aber, ähm, mir ist es auch am liebsten mit, ähm, da ist grad, du stehst grad in einem grünen Fleck und dann sagt mir zwar die BM, geh da jetzt raus bitte so ungefähr oder ich soll vorsichtig sein, aber wenn mir das noch grafischer besser dargestellt wird, aber ich bin halt, ich bin halt auch ein Trottel, der halt gern mal wo drin stehen bleibt. Da hätt ich vielleicht sogar einen richtig guten Tipp dann für dich oder für jeden, der, äh, der sich auch so fühlt und sich denkt, ach, kacke, jetzt stand ich schon wieder irgendwo drin. Also, die, äh, das Add-on heißt get the punkt, punkt, punkt out. Ja, ich, vielleicht kannst du das einfach mal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber, äh, das ist kein Wurden. Ja, also, das Add-on heißt get the fuck out und egal, wo du drinstehst, es piept in deinen Ohren. Ja, also, und du musst nichts einstellen, gar nichts. Einfach runterladen. Da hat unser Raid-Leiter in dem Raid, wo ich spiele, genau dieselben Worte vor zwei Wochen gesagt, wo wir bei, äh, Satarion 3D gewiped sind, weil halt, äh, zwei, drei Leute in, in diesen Zones da gestorben sind und dann hat er ganz laut gesagt, holt euch das Add-on, get the fuck out. Ähm, genau, also, deswegen kommt's mir grad bekannt vor, aber werde ich mir jetzt vielleicht in diesem Zug installieren. Ja, also, ich hab's auch drauf, also, ich, ich faile wirklich ganz, ganz selten, aber die ein, zwei Momente, wo es mir passieren würde, dass ich faile, hat das Add-on quasi mich davor gerettet, weil das Einzige, was ihr halt machen müsst und generell, äh, also, Töne durch Weak-Auren-Add-ons, auch DBM gibt ja Töne raus, äh, sind immer sehr, sehr hilfreich, weil man konzentriert sich mit seinen Augen auf das, was auf dem Bildschirm passiert und wenn jetzt irgendwo was aufploppt, wo dann steht, bewege dich da raus, dann hilft das zwar schon mal, aber es lenkt dich von dem Geschehen ab, was du gerade tust und Töne helfen da extrem, das heißt, du hörst einfach einen gewissen Ton und weißt direkt, ah, okay, der Ton kommt, das heißt für mich, ich stehe in irgendetwas drin, was nicht sein sollte und viele von euch haben wahrscheinlich auch dasselbe, dass ihr nicht gerne mit, äh, mit dem Sound von WoW spielt, sondern eher mal, erzählt es nicht eurem Raid-Lieder, irgendwie Musik nebenbei anhabt oder, äh, einen Twitch-Stream anhabt, äh, ihr müsst einfach nur bei der Sound-Option im Spiel den Master-Sound anmachen. Alles darunter, also Umgebungsbräuche und, äh, Sounds, die durch Zauber gemacht werden, die könnt ihr alle komplett ausmachen, nur den Master-Sound an, dieser Sound wird benutzt für, äh, DBM, Weak-Augen, Get-The-Fuck-Out, Big Wigs, ja, also das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen. Sehr, sehr guter Tipp, also, ich hab das selbst auch gemacht, ähm, genau aus dem Grund, weil es mich ein bisschen nervt und, äh, kann ich auch jedem empfehlen. Also sehr, sehr guter Hinweis. Hab ich aber auch erst seit ein, zwei Wochen, glaub ich so, weil ich mir genau diese Frage gestellt hab und gedacht hab, das muss doch möglich sein und natürlich ist es, es ist möglich. Lass uns mal zum nächsten Punkt springen, ähm, wenn jetzt Phase 2 kommt in WUTLK und damit Uldur und der nächste große Raid und dann wird's endlich mal schwieriger und Hard-Modes kommen und, ähm, ich vermute, dass dort das schwierige Raiden erst so wirklich losgeht. Ähm, wenn ihr wisst, okay, ähm, in vier Wochen kommt der Patch, wie bereitet ihr euch drauf vor? Du hast es ja vorher schon so ein bisschen geteasert, ihr macht irgendwie Powerpoints oder geht halt das Ganze durch oder besprecht es. Ja. Geht ihr zum Beispiel auch auf einem, auf, auf dem Public Test Realm. Blizzard stellt ja immer so ein paar Wochen davor, meistens sogar schon einen Monat davor, so einen öffentlichen Test Realm, also so ein Test-Server, wo man dann die Raids dann nochmal testen kann. Geht ihr da drauf? Ist das sogar ein Must-Have oder braucht man das nicht? Ja, also, ähm, um bei den, ich sag mal so, Race to World First wirklich eine Chance zu haben, muss man schon auf den, äh, PTRs, also diesen Test-Realms, raiden. Ähm, wie unsere Vorbereitung aussieht, ist, äh, in der Woche nach dem ersten Nux-Raid habe ich die Taktiken für Ulduar schon bei uns im Discord hochgeladen. So, das heißt, jeder kann sich potenziell schon auf die Bosse in Ulduar vorbereiten. Ähm, aber auch ich selber bin jetzt noch mehr in der Naxx-Rama-Speedrun-Vorbereitung und Planung und allem drinne, als ich jetzt in Ulduar drin bin. Aber sobald wir, sobald wir wissen, okay, wir haben einen Starttermin für Ulduar switcht quasi meine fast komplette Aufmerksamkeit zu Ulduar, dass auch ich als Raid-Leiter, ähm, mir ganz genau Gedanken mache zu den Bossen, was für ein Setup wollen wir mitnehmen und dann müssen wir natürlich gucken, äh, wann kommen die Test-Realms, äh, also wann werden die online geschaltet? Äh, weil bei Test-Realms ist ja, ist ja oft so, dass auch nur gewisse Raid-Tage quasi freigegeben werden und dann müssen wir halt gucken, passt das zu unseren Raid-Tagen? Also jeder, der sich, also ich sag's mal so, wenn ihr euch als Casual-Gilde den Progress sehr, sehr vereinfachen wollt, macht lieber einen Raid-Tag weniger auf dem Live-Server und probiert euch auf dem Test-Server aus als andersherum. Also bei uns in Classic zum Beispiel oder auch in TBC und da waren wir ja noch näher an, äh, an einer Nicht-Speed-Ring-Gilde dran, ähm, als jetzt natürlich. Wenn wir auch nur einen einzigen Tag auf dem Test-Realm spielen konnten, hat uns das zwei Tage auf dem Live-Server erspart. Mhm. Ähm, weil dieses ganze Trial and Error und erstmal herausfinden oder das erste Mal, wenn man in Stunts reinkommt, ist das erstmal so, oh, neue Sachen, was passiert hier? Und es dauert einfach alles so, so viel länger, als wenn man jetzt zum zweiten oder dritten Mal reingeht und macht's einfach, geht einmal auf den Test-Server drauf, guckt euch ein, zwei Bosse an, das hilft euch. Aber jetzt rein für uns gesehen, wir gucken, dass wir so viel Zeit wie möglich auf dem Test-Server verbringen können und dass wir natürlich, wenn wir im Race to World First irgendwie eine Chance haben wollen und also wir sind bei weitem keine Gilde, die da unter den Top-Gilden mitspielt. Ja, wir sind deutschlandmäßig ganz okay dabei, aber auch in Deutschland gibt es vielleicht ein, zwei Gilden, die da weltweit überhaupt vorne in der Spitze eine Chance haben. Da muss man schon auf dem PTR quasi schnell durch die Instanz durchkommen und genau wissen, was Pull ich wann, wie, wo und alles bis ins letzte Detail geplant haben. Gibt es dann also beziehungsweise wenn du sagst, ihr geht dann schon auf dem PTR, lasst ihr dann beide Raid-Tage ausfallen oder geht ihr sogar öfter mal angenommen, die Tage spielen euch jetzt komplett in die Karten und ihr hättet Zeit, würdet ihr auch zweimal oder dann, also auch wirklich dreimal in der Woche draufgehen, sodass ihr das dann auch ins Detail übt oder sagt ihr dann halt mal zweimal, ein, zweimal drauf, jetzt ist es schon wieder okay? Also wir würden so oft draufgehen, wie es noch möglich ist. Okay, also doch schon wirklich, wie du gesagt hast, so oft wie möglich und dann übt ihr dort schon Details, also wird dich schon vor allem, ich nehme mal an, den Trash oder? Weil darum geht es ja, wie ich jetzt rausgebracht habe. Ja, also gerade für Ulduar und du hast es ja am Anfang schon gesagt, das ist vielleicht erste schwere Instanz und oh Mann, oh Mann, wie oft habe ich das jetzt schon in Classic gehört, das haben wir schon in Molten Core gehört, boah, jetzt kommt BWL, die erste schwere Instanz, aber ich hoffe jetzt mal wirklich, dass Ulduar mal wirklich eine Challenge ist, weil bis auf Sunwell war ja bisher nicht viel, was irgendwie länger als einen Tag oder zwei, drei Wochen oder so gehalten hat. Also mit schwer, da muss ich nur noch mal ganz kurz reinwerfen, mit schwer meine ich halt natürlich in Relation vielleicht zur ersten Phase und schwer halt, weil halt die Hardmodes kommen und Hardmodes und sowas werdet ihr ja, also wenn ihr Tag 1 drauf seid in diesem Progress Rennen, wie ich ja gelernt habe, dann werdet ihr ja keine Hardmodes machen oder? Da geht es ja nur darum, schnell, ja? Ja, ja. Also soweit ich das bisher verfolgt habe, sind, ist die Voraussetzung für den World First, dass man, dass man die HCs killt. Ja, weil du kannst ja auch nur gewisse Bosse machen, Algalon oder so, du musst dafür ja gewisse HCs gekillt haben. Das heißt, der World First in Ulduar wird wahrscheinlich so sein, dass du, dass dort die Hardmodes gemeint sind. Ja, und also für Naxxramas, wir haben uns Naxxramas, bevor wir UTLK rauskommen, auch schon mal angeschaut, sag ich mal, und da sind wir auch ein paar Mal durchgelaufen. Und in Ulduar wird die Vorbereitungszeit wahrscheinlich länger als bei den bisherigen Instanzen, gerade durch die Hardmodes. Aber ich kann auch, es ist halt sehr schwer, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, sind die Hardmodes jetzt wirklich sehr hart oder ist es für uns sehr viel einfacher, weil in Classic war es ja bisher immer so, dass man mit sehr viel besserem Gier in eine neue Instanz gegangen ist, als die Leute, die das damals hatten. Deswegen müssen wir gucken, wie schwer werden die Hardmodes, aber also die ersten Gilden werden da in, sobald die Instanz rauskommt, nach zwei, drei Stunden wird Ulduar mit allen Hardmodes geklärt sein, hundertprozentig. Also da bin ich mir auch sicher, ich finde es so ein bisschen schade, dass es dann genau diesen Public-Test-Realm gibt, weil ich glaube, wenn es den nicht geben würde, wäre halt zumindest für uns Zuschauer das Ganze noch spannender. Oder wie ist so deine Meinung? Bist du pro oder eher für so ein, also bist du für so ein Also grundsätzlich bin ich, ich bin nicht dagegen, aber auch nicht dafür. Ich sehe das da genauso wie du. Ich würde es cooler finden, wenn die Leute nicht so viel wissen, aber, und das ist halt das große Aber, man kennt alles schon. Es ist nicht so wie ein Retail-WOW, wo man sagen würde, okay, man geht zu Bossen und kein Mensch weiß, was passiert dort, sondern die Leute wissen einfach schon, was passiert. Und es ist nun mal so, dass gerade die Gilden, die ganz vorne mit dabei sind, für die, selbst wenn es kein PTR von offizieller Seite gibt, die machen sich dann einfach ihren eigenen PTR. Ja, so, deswegen, besser dann, dass Blizzard sagt, hier, bitte habt ihr einen PTR, ihr könnt alle, habt alle die gleichen Voraussetzungen. Das finde ich dann schon ein bisschen fairer, glaube ich, für alle. Hast recht, klar. Weil es halt einfach natürlich alter Content ist oder es dieses Spiel schon mal gab, gibt es ja heutzutage einige Möglichkeiten, sich das einfach selber zu hosten und dann übt man es halt dort und hast recht, dann hat jeder dieselben Voraussetzungen. Den Blickwinkel habe ich noch gar nicht betrachtet. Und sonst so, in Sachen Vorbereitung, gibt es da quasi Ingame erledigt, irgendwie, ich meine, jetzt vielleicht nicht spezielle Potions, aber gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, das muss Ingame jeder erledigt haben? Fällt dir da irgendwas ein? Also, zum Naxxramas Release gab es einige Sachen, die wir da hatten. Das waren ja die Berufe hochskillen, den Char auf Level 80 bringen, Pre-Raid bis Farmen. Das wird halt zu Ulduar ein bisschen weniger, weil man hat quasi schon alles. Die Berufe sind hochskillt, die Char sind gelevelt und das Gier bekommt man ja durchs Raiden. Was halt Leute quasi als Aufgaben bekommen ist, sich selber darüber zu informieren, was in diesen Raids passiert. Einfach, um Zeit zu sparen. Also, mein Ansatz beim Raidleiten ist immer, ich gehe in eine Instanz rein und ich gehe davon aus, dass ich dort mit 24 Leuten bin, wo keiner einen Plan hat, was da passiert. Wenn ich mich so auf meinen Raid vorbereite als Raidleiter, dann habe ich meinen Job richtig gemacht, weil egal, was für Fragen kommen, ich kann sie beantworten und das sollte auch ein Raidleiter machen können. So, wenn die sich dann vorbereiten, dann hilft mir das einfach nur und zwar hilft das und das ist so der größte Punkt, den Casual-Gilden von etwas ambitionierteren Gilden unterscheiden, ist, wie mit der Zeit in einem Raid umgegangen wird. Wenn ich jetzt an einen neuen Boss in Ulduar dran gehe und ich erkläre dann erstmal für 30 Minuten, wie passiert das und dann machen wir ein, zwei Trice und die Leute sterben in so Kleinigkeiten, das sind alles Sachen, die man schon vorbereitet, also vorbereiten kann. Ja, man kann schon vorher den Leuten, bevor man in den Raid reingeht, kann man den Leuten schon sagen, hier, das und das passiert oder sich eine Weak-Aura irgendwie runterladen, die einem dann sagt, okay, da musst du rausgehen und das würde, das machen wir natürlich genauso, dass sich jeder halt in dem Maße vorbereitet, dass wir so wenig Zeit wie möglich verschwenden, die man halt wirklich nicht verschwenden muss. Und das würde ich auch jedem von euch irgendwie draußen empfehlen, macht es euren Raidleiter ein bisschen einfacher und guckt euch einfach mal ein, zwei Videos zu den Bossen an. So, das ist für euch 10, 20 Minuten Arbeit, aber 10, 20 Minuten Arbeit für jeden abends alleine ist halt nicht so schlimm, wie wenn 25 Leute im Raid sitzen und 30 Minuten sind weg und man guckt auf die Uhr und denkt sich, oh, in zwei Stunden ist unser Raid vorbei und wir haben noch nicht mal irgendwie einen gekillt. Ja, bin ich zu 100% bei dir, also, das merken wir ja schon selbst, dass wenn Leute sich ein bisschen besser vorbereiten oder bei uns der Raid noch ein bisschen mehr Nachdruck gibt und sagt, jetzt schaut sich das nochmal an, hier, der und der Boss, dann läuft es einfach deutlich besser. Bei zum Beispiel in Black Temple, Terron hieß er, glaube ich, wo man dieses Minispiel machen musste, da gab es halt so einen unfassbaren Druck von unserem Raid-Lied mit, man hat dieses Minispiel auch im Browser üben können und da hat er gesagt, das muss jetzt jeder schaffen und gefühlt will ich auch von jedem Screenshot haben. Und weil er dann alle wirklich gezwungen hat, hat es beim ersten Mal ohne Probleme und alles funktioniert, das ist jetzt nicht schwer, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel aus einer Gilde, wo wir halt natürlich etwas weniger konkret rangehen wie ihr, also kann ich, denke ich, definitiv so unterstreichen. Wenn man das macht, dann ist es die beste Vorbereitung vermutlich, die man auch als Nicht-Speedrun-Gilde machen kann, um vor allem auch die Nerven von seinem Raid-Liter zu schonen. Ja, und der größte Unterschied von einer Casual-Gilde und einer Speedrun-Gilde der Unterschied ist einfach das Zeit-Management. So, man denkt, oh, die Leute in einer Speedrun-Gilde, die sind so gut, die wissen so viel mehr. Ist nicht so. Ist einfach nicht so. Ja, wir haben auch Raid-Member, wo ich manchmal irgendwie beide Hände über den Kopf zusammenschlage und mir denke, so wie? Wie kann das sein? so, aber es ist wirklich der Unterschied, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Ich hab mal so, nur ein ganz kleiner Ausflug dahin, ich hab mal ein Experiment gemacht und in Sunwell mit meinem Ehle-Charmie, der dann nicht mehr mein Main-Char war, bin ich in eine Casual-Gilde gegangen. Ich hab da nicht gesagt, ey, ich bin hier der Raid-Liter von der und der Gilde, sondern ich wollte mir das einfach nochmal anschauen und hab da zwei Monate mitgeraidet. Und die standen zwei Monate lang vor Brutalus und waren dort am Pro-Ressen und es hätte wirklich nur Kleinigkeiten gebraucht und die hätten Sunwell gecleart. Nicht nur Brutalus, sie hätten Sunwell gecleart. Einfach nicht nach jedem Try fünf Minuten miteinander reden, nach jedem Wipe 30, 40, 50 Sekunden warten, wenn jemand stirbt, nicht alle sitzen bleiben, und diese kleinen Zeiten, hier 10 Sekunden, da eine Minute, da zwei Minuten, wenn man das einfach auf den ganzen Raid-Abend zusammenzählt, verschwenden Casual-Gilden einfach 30, 40 Minuten an Zeit, was halt Speedrun-Gilden oder ambitioniertere Gilden nicht machen. Und also wenn ihr euch irgendwie verbessern wollt, arbeitet an diesen Kleinigkeiten und ihr werdet einen riesen Sprung nach vorne machen. Da fühle ich mich persönlich sogar richtig angesprochen, weil bei uns dann teilweise dann ein, zwei Leute meinen, wenn wir, also jetzt nur als Beispiel Satario und 3D, wir vipen halt ein, zwei, drei Mal oder gefühlt nach dem ersten Mal kommt jemand, der wo halt meint, anders könnte es besser gehen und ruft direkt diese Taktik rein. Und dann switchen wir schon hin und wieder her, anstatt, dass wir einfach genau dasselbe fünfmal probieren, ohne viel rumzulabern. Und wir probieren dann auch, okay, das hat so nicht funktioniert, sollen wir jetzt vielleicht bei Satario und 3D irgendwie weg von diesem Burst gehen und wieder das normal spielen. Also wir switchen dann auch die Taktiken super oft, bis dann jetzt hat aber auch, unser Raid League gesagt hat, okay, stopp, wir tryen das jetzt einfach. Und ist einfach mal total egal und dann hat es auch funktioniert. Also glaube ich, dass das definitiv ein Punkt sein kann, was vielen Gilden, uns unter anderem auch oder unserem Raid-Kader, wir haben ja 3, auch geschadet hat und ich denke auch, dass es dann dadurch besser wird. Ja, vielleicht muss ich da auch eine Lanze mal für alle Raid-Leiter brechen. So, probiert nicht im Raid irgendwie zu sagen, aber lass das doch so oder besser oder sowas. Euer Raid-Leiter macht sich schon viele Gedanken und viel Arbeit und Raid-Leiter sein ist der undankbarste Job, den man machen kann. Wenn ihr irgendwas habt, sprecht danach einfach darauf an. Ja, ihr helft eurer Gilde nicht weiter, wenn ihr in der Raid-Zeit irgendwie probiert, Argumente aufzumachen oder sowas. Das hilft überhaupt keinem. Absolut, ja. Bin ich 100% bei dir, ja. Lassen Sie mal zu dem nächsten Punkt kommen, den ich mir jetzt noch annotiert hatte und da hatte ich mir aufgeschrieben, ob es nicht vielleicht noch allgemeine Tipps und Tricks gibt, die du jetzt vielleicht normalen Spielern mit an die Hand geben kannst. Vielleicht auch so ein bisschen klassenbezogen. Ich meine, in den letzten Wochen hat man ja ganz viel gehört von irgendwie Speck-Swapping, dass man dann als Decay glaube ich erst noch in Unholy geht und dann seinen Gargoyle mitnimmt und dann aber auf Frost switcht oder dann gab es ja diese Weaving-Geschichten, wo man diverse Items hin und her switcht oder hast du auch vielleicht nochmal komplett anders runtergebrochen auch allgemeine Tipps, wo du jetzt sagst, also jetzt gar nicht so ganz spezielle wie Weaving oder sowas, dass man sagt, mach doch als Schurke viel öfter das. Also so weißt du, so allgemeine klassenbezogene Tipps, wo man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Ja, also vielleicht fange ich erst mal mit den allgemeinen Sachen an und das ist auch wirklich super schnell abgehakt alles, aber es macht einen riesen Unterschied. Also, der größte Punkt, der mir immer wieder auffällt und ich habe jetzt über drei Jahre mit bestimmt an die 200 verschiedensten Rape-Membern zu tun gehabt, geht in eure Klassen-Discords. Jede Klasse hat einen eigenen Discord-Server, sei es Todesritter, Paladin, Magier, whatever. Alle haben ein Discord, dort sind tausende Spieler drauf, die eure Klasse spielen und super schlaue Köpfe, die sich sehr viel mit Theorycrafting einfach rumschlagen. Und wenn es irgendetwas gibt, was eure Klasse betrifft oder die neuesten Änderungen eurer Klasse, ihr findet das auf euren Klassen-Discords. So, man merkt den Unterschied zwischen Leuten, die aktiv ihre Klassen-Discords lesen oder nicht. Also, das ist der allererste Schritt, den ich jeden ans Herz legen kann. Tut es und ihr werdet zu 100% davon profitieren. Als nächstes wäre, wenn ihr in einen Raid geht, spielt nicht nur den Raid für die Bosse. Gerade auch, wenn ihr mal irgendwie vielleicht irgendwann mal speedrunnen wollt, für Speedrunner fängt ein Raid mit dem ersten Mob an und hört mit dem letzten Mob auf. Und alles dazwischen ist ein Kampf. Seht die Raids auch eher so und probiert von Anfang an, vom ersten Trash-Mob bis zum letzten Boss konzentriert zu bleiben. Guckt, im Trash habe ich meine Cooldowns ready, kann ich den Cooldown noch benutzen, bis der nächste Boss kommt und probiert euch da ein bisschen aus. Konzentriert zu bleiben, nicht im Trash abschalten, macht einen riesen Unterschied. Und dann natürlich noch, was dann dazu gehört, die Positionierung. Was macht der nächste Mob? Wo könnte ich mich hinstellen, damit ich vielleicht nicht so viel mich bewegen muss beim nächsten Mal und und und. Einfach ein bisschen Gedanken darum machen, was passiert als nächstes in diesem Raid und nicht abschalten. Das sind so die Overall Sachen, die euch einfach direkt zwei, drei Stufen voranbringen, wenn ihr euch um die Sachen kümmert. Vor allem dieses Thema mit den Schmuckstücke und allgemein Cooldowns einfach auch im Trash benutzen. Da kommen wir jetzt vielleicht wieder zu dem Thema mit den Weak Auras, aber wenn ihr da eine Anzeige habt mit jetzt ist er wieder bereit, dann könnt ihr den einfach durchgehend usen und wenn ihr das dann halt ein bisschen timet zu den Bossen, dann kann man da sein Schadens Output vor allem, wie gesagt, als Schadensausteiler schon nochmal deutlich maximieren. Also da vor allem diese Schmuckstücke im Trash, es war bei uns auch so ein Ding, wo viel zu wenig gemacht wurde, also damals noch zu Black Temple, wo dann auch mal gesagt wurde, also deswegen erinnere ich mich gerade eben mit, hey, der eine benutzt seinen Schmuck einfach 70 Mal und der andere nur 30 Mal und diese Unterschiede, die, wenn das 15 Leute machen oder 10, dann merkst du es auch spürbar an der Geschwindigkeit. Ja, das ist enorm, das ist sehr enorm. Also in den meisten Logs, die man sich anguckt, siehst du, die Instanz hat 15 Bosse, wie oft wurde das Stringkick geused? 15 Mal. So, das ist halt bei den meisten so. Aber man muss doch mal gucken, wie lange hat die ganze Instanz gedauert? 2 Stunden 30. Wie lange hat das Trinket Cooldown? 2 Minuten. Da kann man sich ganz schnell mit ein bisschen Quick Muffs irgendwie ausrechnen. Okay, ich hätte das Trinket aber vielleicht über 80 Mal benutzen können. Ja, und hab da auch nicht Angst, da mal was auszuprobieren. Ja, also, wenn ihr in eurer Gilde geht, ihr werdet von Raid zu Raid immer ein bisschen schneller. Das heißt, ihr benutzt beim ersten Pull vor Peshwork irgendwie eure Cooldowns, dann kommt ihr zum Boss und ihr seht, ey, meine Cooldowns sind wieder ready, passt. In 2, 3 Raids danach, wenn alle mehr Gier haben, dann use du wieder dort die Cooldowns und dann merkst du auf einmal, hey, wir waren jetzt so schnell, dass meine Cooldowns nicht mehr ganz ready sind. Das heißt, eventuell muss ich da ein bisschen dran arbeiten und die Cooldowns ein bisschen verschieben. Und das macht auch so Naxxramas zum Beispiel, was eine sehr stupide Instanz ist, die wir schon in Classic lange gespielt haben, so interessant, jedes Mal aufs Neue zu spielen. Das sind immer diese, okay, meine Gilde wird besser, wie muss ich meinen eigenen Spielstil daran anpassen, dass ich weiterhin so viele Cooldowns benutzen kann, so viel Schaden machen kann. Und das hält die Instanz zumindest für die meisten Speedrunner oder auch jeder, der einfach Bock hat, an sich zu arbeiten, Woche für Woche interessant. Macht ihr neben diesen ganzen, ich nenne es mal allgemeinen Dingen, die ja eigentlich so logisch sind, aber ich glaube, wenn man die nochmal gesagt bekommt oder vor allem dann auch seinen Log anguckt und schaut, okay, beim letzten Raid habe ich sie vielleicht 30 Mal geused und beim nächsten Mal will ich, also im nächsten Log möchte ich, dass dort schon 50 Mal steht oder sogar das Doppelte, ich glaube, wenn einem das nochmal so vor Augen geführt wird, dann ist es allein schon ein riesiger Vorteil, was man in den nächsten Raids hat. Mal abgesehen von diesen Standard Dingen, ihr habt ja sicherlich auch viel mitbekommen von dem, was gerade bei den ganzen großen, ich nenne es mal amerikanischen oder internationalen YouTubern, die Rede ist wie Specswapping oder halt diese Weaving-Geschichten, ist das ein Punkt? Also ich bin da, ich kenne mich da nicht gut aus, macht man sowas, braucht man sowas? Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man da auf dem neuesten Stand ist, weil jetzt war ja letztens noch so ein Meta-Gam-Weaving unterwegs, dass man Mana machen konnte damit und so weiter. Das wird auch in der Regel immer recht schnell gefixt, aber es gibt schon ein paar Sachen, die einfach Leute aus ihren Klassen-Discords rausfinden, die dann auch größere YouTuber irgendwie aufnehmen und publik machen, die auch jetzt immer noch relevant sind. Also nur mal als Beispiel, weil es mich selber betrifft, für den Pod-Paladin, es gibt ein Talent im Pod-Bild in der vorletzten Reihe, das heißt jetzt auf Englisch Judgment of the Just, das ist das Talent ganz unten rechts vor dem letzten Talentpunkt, das ist eigentlich total sinnlos, weil es reduziert von deinem jetzigen Ziel die Angriffsgeschwindigkeit um 20 Prozent. das war's und das machen ja auch andere Klassen, deswegen eigentlich ist es sinnlos, aber was man jetzt herausgefunden hat und das findet man halt auf den Klassen-Discords, wenn ich dieses Talent habe und ich mein Judgment benutze, nur wenn ich das Talent habe, progt dann auch mein Ziel auf Command, was normalerweise nicht proggen würde und da gibt es für viele Klassen so Kleinigkeiten, für den Schurken zum Beispiel haben sie herausgefunden, dass das Titan Speed Steel Spellblade, das ist ein Caster-Dolch, den sehr, sehr viele Schurken jetzt im Trash benutzen. Warum? Das ist ein Dolch, der hat nur 2,5 oder der hat 2,5 Speed, was sehr, sehr langsam ist für einen Dolch und umso langsamer die Waffe, umso höher ist die Chance, dass die Gifte proggen. Das heißt, ein Schurke macht seinen Fan of Knives, hat dabei den langsamen Dolch in der Hand. Die Chance, dass die Gifte auf die Gegner proggen, ist sehr, sehr viel höher. Oder der Felsstriker, das ist eine Waffe aus den alten UBRS, die bei Rent droppt, also eine Level 60 Waffe. Also einer unserer Schurken hat die Waffe bekommen und der Progg davon ist, dass du, wenn die Waffe proggt hast, du drei Sekunden lang alle Angriffe, die du machst, werden kritisch. Das heißt, du benutzt das mit dem ersten Fan of Knives und alles, was du danach dreimal Fan of Knives machst, alles quittet davon. Und einer unserer Schurken hat das vorigen Raid bekommen, man hat den die ganze Zeit lachen gehören und er hat einfach im ersten Trash-Pull hunderttausend DPS gemacht. Ja, also da gibt's schon verschiedenste verrückte Kleinigkeiten und ich selber kenne nicht alle Einzelheiten, das sind jetzt auch die, die sehr publik sind, die Leute kennen, aber da kann ich nur nochmal wiederholen, jede kleine Einzelheit, all diese Sachen findet ihr auf euren Klassen-Discords, da sind die zu 100% in den Pins beschrieben. Die werden dort also wie du schon sagst Klassen-Discord draufgehen und dann sind genau solche ich nenne es mal allgemeinen Informationen mit solchen Tricks dann eher in diesen Stickys beschrieben oder muss ich mich durchspülen? Also zu 99% findet man das dann, wenn eine Klasse sowas herausfindet in den Stickys da. Also nur so als kleine Orientierungshilfe für die Zuschauer oder die Zuhörer. Ja, das ist schon spannend, also was da alles möglich ist, wo ich mir auch immer denke, wenn ich sowas mitbekomme, wer das rausfindet, vor allem diese Geschichte mit dem Meta-Jam und dass du dann unendlich Mana hast oder was war noch vor ein paar Wochen mit dem feurige Waffe, wo dann vom Warrior also extrem spezielle Dinge, wo ich im Traum nicht mal dran denken würde, dass ich sowas rausfinden würde. Also das Speziellste, was ich bisher gesehen habe und das gibt es im Moment immer noch im Spiel, das betrifft die Todesritter und das ist, dass man im Kampf die ganzen Gems switcht. Das heißt, man startet den Fight mit gewissen Gems und dann haben irgendwelche pfiffigen Leute eine Weak Aura geschrieben, die automatisch die Gems durchswitcht und damit ich weiß nicht mal genau, was es auslöst, verschiedenste Procs, dann haben die Leute dann herausgefunden, ey, umso mehr ich diese Gems switche, umso besser, das heißt, sie stellen im Fight neben sich einen Briefkasten hin, da sind 500 Gems drin, drücken die die Weak Aura und dann geht's und die hauen da hunderte Gems in einem Fight durch. Aber also die brauchen also kostet ein Fight ja 5000 Gold Ja 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 also das sind wirklich so ja aber ich finde so also gerade sowas finde ich finde ich ist so das i-Tüpfelchen warum ich Classic liebe einfach solche Sachen und dass das dann jetzt noch herausgefunden wird also ich freue mich immer riesig auch wenn ich weiß ey das wird hundertprozentig gefixt aber ich denke mir immer wow geil also das sind schon unfassbar spannende Dinge ich meine 99,9% der Spieler werden das vermutlich nicht benötigen aber genau dass es sowas gibt und vor allem es ist halt alter Code weißt du wie ich meine das ist halt kein Retail mehr und genau mehr solche Geschichten können dann denke ich eher mal passieren finde ich heutzutage ein Ticket schreibst musst du 40 Tage warten ja und ich hätte vielleicht sogar noch einen kleinen Tipp für alle von euch den fast keiner auf dem Schirm hat es gibt ein Consumable was ihr jetzt wieder in Naxxramas benutzen könnt und ich habe jetzt leider nur die englischen Namen aber ich kann euch genau sagen wo es das heißt einmal Scourgebane Draught und Scourgebane Infusion in den Geisterlanden also dem zweiten da heißt eine Stadt Tranquillen und da gibt es eine Quest wenn ihr in dieser Todesschneise Mobs tötet und die Items die dort droppen zudem bringt kriegt ihr ein Consumable was nur gegen Untote ist aber das deckt mit allem was ihr habt das gibt euch einmal 30 Attack Power und das andere gibt euch 15 Spell Power ist zwar recht wenig aber besser als nix guckt euch das mal an ist super wenig Aufwand und mehr AP und mehr Spell Power warum nicht auch noch nie gehört aber super spannend genau aus diesem Grund bist du da das ist schon echt krass wie viel Dinge man dann wenn man sich halt intensiver mit dem Ganzen noch befasst weil ihr wollt ja jegliche Kleinigkeit noch rausholen und da spielt dann sowas irgendwann vielleicht schon noch eine Rolle wie viel man dann doch irgendwie rausfinden kann habe ich jetzt aber auch noch nie irgendwas von gehört zum Abschluss hau mal noch raus wo man dich finden kann und was du vor allem für Content machst ja also meine Rates und ab und zu auch mal nebenbei was streame ich auf Twitch ganz normal twitch.tv schrägstrich schniesen mittwochs 20 Uhr ist ein Raid und sonntags ab 18 Uhr ist ein Raid dort findet ihr hauptsächlich ja unsere Gilde dort könnt ihr unsere Speedruns sehen unsere Splitruns und auf YouTube youtube.com schrägstrich schniesen dort poste ich zwar auch was wir so in unserem Raid machen aber seit TBC mache ich dort hauptsächlich Goldfarm Content und zwar auch hauptsächlich für Paladiner Prod Paladiner also anders gedacht ja ich habe ich habe sehr 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 viel Zeit damals in Strattholm verschwendet und war auch einer der ersten Paladiner die komplett Strattholm in zwölf Minuten damals gekleert haben und da habe ich halt immer gerne Videos drüber gemacht wie ich das gemacht habe und jetzt auch im WOTLK gucke ich halt immer ein bisschen es gibt halt viele Farms die gezeigt werden aber wenn ich was auf YouTube poste dann sind das meistens schon irgendwelche Sachen die ganz spezifisch irgendwie für Tanks oder für Paladine sind und die einfach Bock drauf haben wenn sie abends von der Arbeit kommen immer mal einen verschiedensten Farm zu machen ja mal die Instanz mal hier was habe ich gefunden mein letztes Video war über einen Hyperspawn in Sulaman den habe ich durch Zufall gefunden weil ich die Bosse machen wollte und dann auf einmal hinter mir alle Mobs wieder standen und ich dachte mir so hä wie ist denn das passiert das habe ich mir angesehen ja das habe ich auch noch nie gesehen also richtig cool und dann habe ich halt ein bisschen rumprobiert habe da so vier fünf Stunden und dann dachte ich mir ja komm poste das mal und ja sowas poste ich halt auf YouTube auf Twitch sind dann wirklich auch eure Speedruns also man sieht dann auch wirklich wie ihr tryt wie ihr probiert in Nux oder wie kann ich mir das vorstellen ja also unsere Raid Zeit fängt ja entweder um 20 Uhr Mittwoch oder um 18 Uhr Sonntags an und meistens oder jetzt zum Beispiel am 20.11. haben wir unseren ersten Speedrun da werden wir vorher erstmal noch ein bisschen was ausprobieren weil wir haben so ein paar Ideen und die wollen wir dann mal einfach probieren ja so eine Idee ist zum Beispiel verschiedenste Mobs aus verschiedensten Wings alle in einen Ring zu pullen und die gleichzeitig mit einem Boss zu machen und das muss man natürlich üben weil man muss den Leuten sagen hier fangt ihr an mit den Abilities macht ihr das und das könnt ihr alles sehen ja man hört unseren Discord dabei man hört mich quatschen ähm ihr könnt quasi als wärt ihr auch ein Raid Member nur dass ihr nicht selber zockt könnt ihr bei uns zuhören ja das finde ich bei euch so spannend weil man halt wirklich äh also sich fühlt als wäre man live dabei und man vor allem auch als Raid Leiter also wenn man vielleicht eigener Raid Leiter ist oder ähm ambitioniert in seinem eigenen Raid spielt da schon sehr viel mitnehmen kann das gefällt mir also das gibt es nicht oft finde ich also vor allem so im deutschen Raum ist es relativ wenig die das halt dann auf so einem Level machen also schaut da auf jeden Fall mal vorbei die Links packe ich euch ins erste Kommentar und sowieso in die Beschreibung lasst ein Abo da und folgt schniesen auf jeden Fall auf Twitch definitiv einer der kompetentesten Leute die ich jetzt kenne in Sachen äh Raids in WUTLK wenn ich so der der kompetenteste also ist super spannend lasst uns darauf in Zukunft gern mal noch weitere Dinge zusammen machen und ähm ja schreibt uns dann auch einfach gern mal hier in die Kommentare wenn ihr noch Fragen habt dann denke ich dass da schniesen auch nochmal sich die Zeit nimmt und da nochmal drüber guckt und wenn ihr vielleicht noch weitere Dinge von uns hören wollt dass wir vielleicht wirklich mal nachts durchgehen mal Boss für Boss schauen wie da äh jemand dran geht der ja das einfach ein bisschen ambitionierter macht oder wenn ihr andere Themen noch habt dann lasst uns das gerne einfach wissen und die ja letzten Worte schniesen gehören dir ja also erstmal vielen Dank äh dass ich dabei sein durfte also ich rede super gerne wobei ich hoffe ich hab euch nicht gelangweilt mit dem was ich geredet hab weil ich könnte noch stundenlang weiterreden und äh wie schon gesagt wenn ihr Fragen habt haut's in die Kommentare von dem Video oder schaut mal vorbei äh auf Twitch oder so ich probiere auch unter dem Video hier so viel wie möglich zu beantworten also reinhauen die Fragen und ja danke nochmal dass ich hier sein durfte vielen Dank für deine Zeit und würde ich sagen einfach bis zum nächsten Mal tschüss